Herzlich willkommen zu Cinesis, eurer Film- und Serien-Podcast im neuen Jahr 2024. Wieder zu einer Folge von Rückblick und immer dabei sind mit mir durch Spike. Hallo zusammen. Alex. Hallo. Und der Hill. Hallo Hill. Schön bist du auch hier. Gapfdeckel, erste Aufnahme, das erste Mal muss man uns auch sehen in diesem Jahr. Das ist ein Traum. Das ist richtig, ja. Hört gut, diese Pause. Ja, wenn du schon... Ich meine, sie braucht. Nein, nein. Nein, nein, es war schon ein bisschen tristen Alltag ohne euch. Mhm. Ja. Ah fuck, jetzt bin ich auf der eigenen Schleimspur ausgerutscht. Vorher haben wir mega viele Filme geschaut, das ist irgendwie auch komisch. Gell? Was hast du, was haben wir so getrieben? Keine Frage, ja, so auf Sylvester. Ja, so... Ja, zu Hause getrunken. Ja, gefressen. Wir haben Shisha aufgebaut. Oh, Shisha. Ja, Shisha-Grauch drin. Geil. Okay. Leider nicht so viel Geschmack kann ich noch einen guten Tabak finden, aber es ist halt schon so, ich bin so gemütlich. Okay. Ja. Und vor allem Shisha, wenn du das einmal machst, dann ist es wirklich am nächsten Morgen schon nichts mehr geschmeckt. Ja. Oder durch so ein Kleiderzimmer, so in der Türen, in der Zwischenzüge, im Schluffzimmer, aber dann merkst du nichts mehr am nächsten Tag. Das geht noch. Ja, ist an dem so nicht so ein Rauchstinkisch, sondern es ist immer so... Ja, Dampf halt. Fruchtstink, Züchs. Ja, ja, ja. Ihr wart ja auch zu Hause, oder? Ja, ja. Ja, also den Besuch bei einer Freundin zu Hause. Ja. Ja. Und habt ihr crazy Sachen erlebt? Äh... Feuerwerke? Dass es tatsächlich nicht viele Feuerwerke gab, tatsächlich. Irgendwie einmal schnell Feuerwerke, aber nur ganz kurz... Wo? Wo warst du? Auf dem Land. Ja, du bist aber weit auf dem Land. Ja, ja. Wo ich dann heute Morgen weggefahren bin, dort haben jemand am Strassenrand irgendwelche Kartonreste von irgendwelchen Böller und so. Scheisstäge, rett mich gerade auf. Ich glaube, die haben uns das Geschäft vor dem Jahr gemacht. Ja. Wenn ich nicht bekommen habe. Ist das so? Weil sie haben ja ganz viele Läden, die ja irgendwie gar nicht verkaufen. Genau, aber wenn die verkaufen sind, sind recht überrennt worden, scheint es. Okay. Ja, wir haben nicht so... Eben, aber wir haben ja schon mal darüber geredet, glaube ich. Also optisch ist schon etwas Schönes, aber es ist halt, wenn du Tiere hast. Und überhaupt an die Tiere musst du denken, das sind arme Kinder. Ja, ja. Tier ist eine Sache. Ähm, ich finde es sogar eigentlich die wichtigste Sache. Aber eigentlich, wenn man konsequent ist und überall dort diskutiert, wegen der CO2-Ausstoss und den Todgesetz erlässt, dass es keine fossile Brennstoffe mehr soll geben, Verheizungen und so weiter und so fort. Sorry, dann gehört das auch weg. Ist einfach so? Findstaub ist das Problem. Ja, das ist noch das Nächste. Aber das ist auch wie der Velofahrer, das ist auch wie eine Steppenbremse. Aber Velofahrer verbieten, finde ich gut. Ja, nein, das geht ja schon zu weit. Aber nein, sorry, wer braucht das? Die haben doch, das habe ich ja schon mal gesagt, gerade grössere Gemeinde, vor allem steht, nehmt ein bisschen Geld im Finger, macht ihr sowieso für einen Feuerweg und macht eine richtig geile Laser- und Lichtshow. Yes, also mit Drohnen, so wie in Asien. Das ist super geil. Ja, geht auch. Aber Bas hat das Feuerweg ganz gestrichen gehabt. Ja, das wäre gut so. Jetzt kann es nicht mehr geben. Ich habe mich aber trotzdem verbrennt. Was? Und der Scheissach? Bubu. Tollig. Mach, mach. Bubu. So, du auch Bubu machen. Dankeschön. Ich meine, nehm ich so öffnen. Tischbomben? Was? Nein! Ich liebe Tischbomben. Ja. Ich habe ja zu Weihnachten, weil ich es nicht konnte, da habe ich schon drei abgelassen oder so. Und dann musste ich auch noch mal neue für neue Jahre holen. Ich finde Tischbomben auch für den Shit. Ich weiss ja wieso. Ja, so eine habe ich auch abgelassen. Vor der Weihnachten mit dem Gottenmädchen. Oder sie hat ewig lange nicht zündet und zündet und dann plötzlich, und dann hat es so einen Strahl gegeben und dann hat man gerade den Däumen abgefackelt. Ja, ich weiss genau, was du meinst, bei mir auch so gewesen. Und ich habe es doch nicht. Und ich habe das Gottenmädchen angezündet lassen, aber... Anzünden nur? Seenflammen aufgegangen. Nein, nein. Ich bin ja schlau. So diese ewig lange Zündhölzchen genommen. Aha, ich meine, ich bin schlau, weil du das Gottenkind vorgeschickt hast. Nein, 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 nein. Hier werde ich mir lieber die Finger verbrennen. Nein, nein, aber mit den langen Zündhölzchen geht es aber wirklich ewig. Ich habe eigentlich eine Spinne. Nächstes Mal können wir es mit dem Benzin übergiessen. Kein nichts. Mhm. Aber was ist... Ich weiss nicht, ich habe... Ich glaube, sechs Tischbomben, aber ich habe übrigens noch vier hier im Rucksack dabei. Oh je. Steu vor. Falls wir noch einen brauchen. Falls jemand noch lustig hat, eine könnte ja offerieren. Eigentlich sind sie... Sie sind jetzt immer in Aktion, sie sind immer halb der Preis, nehme immer ein paar. Nein, tatsächlich, ich brauche es für einen Dreimon. Tischbomben. Ja. Ich habe wirklich in fünf Läden gesehen, und was haben wir heute? Heute haben wir den zweiten. Der zweite Januar. Wir haben fünf Läden, erst im letzten Korb habe ich dann noch gefunden, welche. Überall schon weg, überall schon. Räppchen, Konfetti, Ostereier. Nein, Fasnachtsbäume. Überall schon voll. Ja, Ostereier haben wir auch schon gesehen. Also dort, wo jetzt bis vor einer Woche noch Tischbomben das Zeug sind, sind jetzt schon Faserskostüme und so. Ja. Was der fuck? Gut schnell gegangen. Ja genau, Faserskirchli auch. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich noch ein neuer Faserskirchli essen im Podcast. Es gibt überhaupt keine blöde Grüsse. Ja. Der Mikrofon wäre so verklebt. Genau. Der Tisch wäre weiss von diesem Buder. Ja. Über Fastenweihen kann man schon diskutieren, aber... Vor allem geil ist, wenn der Tisch weiss ist von diesem Buder, haben wir eigentlich eine Ausrede. Was redest du jetzt? Ich finde die Dinge, er hat gesagt, ich habe es nicht gerne zum Essen, aber du kaufst ehrelang, das ist nicht irgendeine grosse Maul. Ja, ja. Das ist ja nur so eine Dutz. Name of your first sex. Ist das gleich ein Zuckerwartenprinzip? Ja. Ich habe es schon gerne. Ich habe mir viel zu mühsam zum Essen. Hä? Nein, ich kann nicht ausstehen. Zuckerwarten? Ja. Nein, Faserskirchli. Aha, so. Nein, Zuckerwarten. Faserskirchli habe ich ewig nicht mehr gehabt. Aber ist okay. Ich habe ja lieber Zuckerwarten, weil das ist wirklich noch okay. Gehen wir ab und zu einmal, einfach zum Geschmack. Ja, beides gerne. Beides gerne. Nein, ich komme ja ohne aus. Ich komme gerne Gutsi. Ja. Ah ja, stimmt. Wir haben doch einige Filme, ich glaube zum Abarbeiten, oder? Ein, zwei. Ja. Kino? Jawohl. Migration? Wie? Yes. Oder Ausser aus dem Teich. Und wie heisst er aus dem Teich? Irgendwie so. Ah. Kennen wir das? Das ist der Entli-Film. Wir haben endlich geschaut. Ich habe den Trailer gesehen, ja. Nein. Herzig, oder? Ja, leider. Der Trailer hat nicht schlecht ausgesehen. Der Trailer hatte ja einen Gag gehabt, wegen dem Entli im Flug, der musste gackeln. Und sie sagten, du kannst wie alle Vögel im Flug fliehen. Oder? Nein, ich kann nicht, ich kann nicht so. Also der Gag, den ich eigentlich wirklich noch gut gefunden habe, weil ich bin ja, Fun Fact am Rand, ich werde im Jahr sicher fünfmal angeschissen von einem Vogel. Ich weiss nicht, wie ich das arbeite. Es ist wirklich, ich kann hinzugehen, wo ich will. Ich schaue auf. Oh, schaue ein Vogel. Und das habe ich schon. Auf dem Bein, auf dem Arm, auf dem Kopf. Oh, immer. Ich bin immer angeschissen von Vögel. Weisst du, der grösste Tierfreunde, der Veganer, kriegt die ganze Zeit Gagli auf den Kopf. Es ist einfach, ich habe schon ein paar Mal gedacht, eigentlich sollte ich nur noch die Flögel fressen. Huren Söhne. Auf jeden Fall, zurück zu diesem Film. Er ist leider sehr, sehr, 0815, belanglos. Das ist vielleicht der einzige, das ist der beste Gag gewesen vom Film, finde ich. neben so Fischreier, ein altes Fischreierbärchen, wo du nie weisst, sind es jetzt gute oder böse. Das ist wirklich nice gemacht. Das ist so eine 5-Minuten-Szene. Und der Rest des Films passiert irgendwie so ein bisschen... Nix. Ja, es passiert immer etwas, bei den Animationsfilmen. Ja, ja, ist so. Ich ging auf Deutsch schauen und der Jorge Gonzalez hat eine Rolle gespielt. Oh, Jorge. Er hat doch einen Fan. Er hat einen jamaikanischen Papa-Guy gespielt. Jamaikanisch. Ja, es hat mehr hoch gepasst. Ja, es hat mehr hoch gepasst. Ja, es hat überhaupt gar nicht angepasst. Ich weiss nicht, was du diese Idee siehst. Also... Ja, du hast höhere Hände. Ja, das ist das höhere Hunde. Oh, ich habe mich so gefreut, dass du gekommen bist, mich zufrieden. Und du denkst einfach so, wie will ein Jamaikaner, wenn du noch so Klischee und kulturelle Aeignung betreiben willst, wie schlecht ist das? Es macht einfach so keinen Sinn. Es ist wirklich... Es ist ganz dumm gesehen. Also von dem an Migration, dann kannst du sie einlassen. Ja, okay. Also... Ja, in diesem Fall. Nicht spezielles. Pech gehabt. Niente. Ja. Ja, es ist eben einer Eins. Nein. Ja. Oh... Holdovers! Ich meinte, du hast gerade eine Herzgeherstelle... Holdovers! Hey, Holdovers! Das ist tatsächlich wirklich ein richtig, richtig, richtig toller Film! Ähm... Der wäre auch in meine Jahresliste reingekommen, wenn du den vorher gesehen hast, vor unserem Rückblick, als einer der besten Filme vom Jahr. Ganz klar! Ähm... Ist ähm... Ein Film, welches in den 70ern ist auch alles in den 70ern gedreht. Weisst du, vom grisseligen Format sogar im Kino. Und er war gerade tot und er war so ein Mono. So ein Trist? Also es klingt halt wie so ein alter Film, welches nicht aufarbeitet ist. Das war wirklich ganz speziell am Anfang. Und ja, später zu der Weihnachtszeit in so einer Elite-Schule, Uni. Hochschule, Uni? Uni ist es? Genau. Nein, es ist eine Hochschule. Ich weiss es auch, es ist eine Hochschule. Also eine Uni ist auch eine Hochschule? Nein, es ist eine Hochschule. Also es ist nicht eine Hochschule, es ist so ein Internat. So ein Internat, jetzt habe ich es. Ein Männerinternat. Auf jeden Fall. Und über Weihnachtszeit gehen halt alle nach Hause, ausser ein paar, die nicht zu ihren Eltern nach Hause kommen. Und für das wird immer eine Lehre rausgekommen, der quasi über die Feststelle dort muss bleiben. Und das ist hier Paul Giametti, der war eh so so grumpy. Und alle hassen ihn, er hasst eh alle und die Menschheit. Und er bleibt zurück mit einer Köchin, einem Hausmeister und hat mit so ein paar verlorenen Seelen. Und wie die dann zusammen kommen. Es ist der Wahnsinn. Hey, das Geniale ist, erst einmal der Cast ist grossartig. Dialoge, next level. Fantastisch. Tolles Dreibüch, tolle Pacing, weisst du, du bist wirklich reingezogen worden in den Film. Ein super, super Soundtrack. Also wirklich ein wahnsinnig schöner Soundtrack. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, ich habe ganz tolle Lieder aus den 70 Jahren. Eher so ein bisschen, weisst du, die schöneren Amerikaner Songs, weisst du. Und was wirklich spannend ist an dem Film, er hat halt die typischen Klischees für so Weihnachtszeit und weisst du, so Nächste Liebe und all das Zeug. Und du weisst, dass das passiert. Aber du freust dich drauf bei diesem Film, weil du einfach dich mitfreust mit diesen Figuren. Und er gleichzeitig aber nicht einfach nur Klischee ist, sondern auch wirklich immer wieder mal bitterböse im Moment hat. Weisst du, dass er auch frech ist, auch Kylbert streng schlott im weitesten Sinn, ohne aber irgendwie billig zu wirken oder weisst du, so Pipi-Kaka-Zeug oder so, gar nicht. Es ist wirklich ein richtig starker und für mich ganz einfach der beste Film des Jahres. Ich danke dir herzlich unseren Kollegen von Outnow, vor allem Christoph Schelp, weil er hat das mitorganisiert mit einem Verleiher, das ist glaube ich Universal, das dann noch so eine Vorpremiere bekommen hat, im Dezember, vor Weihnachten. Weisst du, es ist einfach ein Witz, es ist wirklich ein Weihnachtsfilm. Weisst du, spielt zu dieser Zeit Schnee und die anderen Bäume und all diese Krümpel. Kommt aber Ende Januar, er ist in der Schweiz auch normal in Kinos. Also einfach zu spät. Macht einfach keinen Sinn, wirst du das dann noch schauen. Obwohl er wahrscheinlich für den einen oder anderen Oscar nominiert wird sein. Ich glaube, das könnte so einer sein, wenn er später noch mal so einen Run bekommt. Aber jetzt hat man es einfach verkackt mit dem Start. Das muss man ganz klar so sagen. Tönt wirklich interessant. Um nicht nachholen, wenn er gerne einen Film hat. Ja, der Regisseur hat ja noch ein paar Tolle Filme gemacht. Sideways hat er auch schon mit Paul Schamati zusammen geschaffen und er ist richtig stark. Paul Schmidt natürlich, den ich sehr sehr gerne habe. Also ein richtiger toller schöner Film. Um nicht nachholen. In diesem Fall. Jawohl. Hol du was. Ach das. Ferrari. Ja, das ist ja so. Hey, schau. Es ist der neue Michael-Man-Film, oder? Mit dem Dingsel, mit dem... Wie heisst er? Dingselbimsel. Adam Driver, genau. Penelope Cruz, Shaleen Woodley und so. Patrick Dempsey macht noch mit. Also wirklich. Wunderbarer Cast. Kann man eigentlich nichts sagen. Mhm. Und es beleuchtet halt einfach so wirklich so einen bestimmten Zeitpunkt im Leben vom Enzo Ferrari. Vom Gründer. Mhm. Ferrari und zwar. Aber es geht viel weniger um Autos und Autorennen, wenn es das da gibt. Ähm. Es geht eigentlich viel mehr um Drama in seinem Privatleben, weil er eigentlich schon lange mit seiner Frau eigentlich nur als Geschäftspartnerin zusammenlebt, oder? Aber nebenbei, und das... Ja, das weiss sie halt nicht, hat er schon seit langem ein uneheliches Kind miteinander. Und ist eigentlich auch in diese verliebt und ist eigentlich mit ihrer zusammen, und so weiter. Hey. Und... Eigentlich ist es ja unterhaltsam durchaus gesehen. Weisst du? Es ist nicht irgendwie so, dass ich mich gelangweilt habe, oder so. Er hat sogar einen, zwei recht coole Moment. Ähm. Und gerade die Drama-Elemente funktionieren nicht schlecht. Was mir einfach auf den Keks geht, ist, das Blöde, es ist wieder genau gleich, wie wir es auch schon hatten bei House of Gucci. Natürlich sind das alles amerikanische Schauspieler, also spielen in Italien, reden einfach Englisch. Uns ist schon klar, dass in der Wahrheit die alle Italienisch miteinander geredet haben. Aber sie reden natürlich auch die ganze Zeit mit den italienischen Akzent, you know. Ah yes, it's a problem, the engine is not working well. hey, die ganze Zeit und zeitenweise, das ist noch witziger, gewisse Schauspieler, ich meine, Jalyn Woodley, hat, glaube ich, irgendwann vergessen, dass sie so mit Akzent redet. Plötzlich hat sie normal geredet. Okay. Also, so hat es mir auch mal vorkommen. Dann auch sonst Mängel gehabt, von Michael Mann, den ich eher so als Perfektionist, als Regisseur so wahrgenommen habe, bis jetzt, habe ich Schnittfehler, überhaupt keine Schnittfehler, weisst du, weil einfach die Musik zu früh fertig ist und es ist einfach so, wie noch eine Sekunde, zwei, siehst du noch das Bild und dann geht es zum nächsten Schnitt über. Also, ganz klare Schnittfehler. Also, anders kann es nicht, vor allem Tonschnittfehler, die ich noch nie so sehe, also noch nie so bewusst wahrgenommen habe bei seinen Filmen, vielleicht auch, weil wir die anderen Filme mehr reingezogen haben, als den. Und, er hat einfach den Akzent und sie haben es wirklich nicht gut gemacht. Also, Adam hat es noch einigermassen gut überwacht, eben, der hat natürlich mit Haus of Gucci ein bisschen geübt, oder? Bei Penelope Groose war es noch ein bisschen komischer gewesen, weil sie sonst immer mit einem Spanisch Akzent redet und jetzt nicht so eine Mischung hat. I don't know. Und es gibt zwei Unfälle, die ein bisschen grösser dargestellt werden, da. Und der erste Unfall, also ich bin, ich bin vorhin im Kino gesehen, wir sind verrückt von Lachen. Wir haben wirklich loslachen. Alle im Kino so, Jesus Gott. Und wir haben mega gelachen, weil es so lustig ausgesehen. Natürlich ist es nicht toll, wenn jemand stirbt mit einem Unfall, aber es hat so lustig ausgesehen. I don't know. Was aber vielleicht noch erwähnenswert ist, ich bin das in der VIP-Lounge im Pate Spreitenbach zu schauen. Mhm. Da zahlst du irgendwie 55 Franken. Aber dann hast du noch, du hast einen eigenen Eingang, also nur durchkommst, weisst, mit dem Strichcode halt. Und dann hat es einen goldenen Lift. Und dann gehst du in diesen goldenen Lift rein, dann fährst du auf und dann kommt jemand entgegen. Hörst du mich noch? Nein. Du kannst dich auch frei bedienen. Und dann hast du einfach so viel Popcorn und sonstige Snacks, also Nüsse und Nachos und Getränke und so. Und es hat noch eine Bar für alkoholische Getränke, die müssen dann allerdings zahlen, glaube ich. Nein. Und dann sitzt du einfach. Und ich habe eben gemeint, es gibt so viele Betten, die du schlicken kannst. Klar. Ich habe gemeint, das ist ja so eins, aber es ist tatsächlich einfach wie ein Sofa. Sag ich mal. Es war auch easy. Ich wollte eigentlich das andere testen. Mal schauen. Du sahst sonst, wirklich cool, so kleine Lämpchen noch, weisst du. Ja. Was ein wenig frech gewesen ist, sie hat am Anfang erklärt, ja eine halbe Stunde vor Filmbeginn und eine halbe Stunde nach Filmbeginn können sie da in der Lounge sein und sich eindecken mit Essen, Getränken und so weiter. Dann ist der Film fertig und ich sage es zu ihr so, ey, ich habe noch Durst, ich muss unbedingt noch eine Wasserflasche mit auf den Heimberg. Und gehe halt zu dem, wo wir reinkommen, dem Ausgang raus. Und dann komme ich gerade so, der Chef sagt, Entschuldigung, Sie müssen auf der anderen Seite raus. Und ich so, okay. Und dann ist auf der anderen Seite der Notausgang, weisst du, wo du damals aufgehst, bei den Paterkinos. Ja, du hattest doch keine Nüssele und Chipsle oder Popcorn und Getränke. Nach, eine halbe Stunde, nach Filmschluss. Und weisst du, der Abspann ist ja noch gelaufen. Ja. Die letzten eine Minute ist ja nicht mehr die beste Abfläche. Könnte wie ein Marvel-Film sein. Ja, genau. Ganz genau. Das ist ein bisschen lausig, muss ich sagen. Er hat auch nicht so sympathisch übergemacht an seine Kollegin. Da muss ich ein bisschen Abstrich machen. Aber ansonsten, ganz okay. Du musst halt wirklich, du musst halt wirklich, Popcorn, Nachos und Glasse und mindestens zwei bis drei Getränke, damit du die 55 Stunden raus holst. Bei den Paterpreisen holst du das zwar noch schneller aus, als in anderen Kinos fairerweise. Ja. Aber eben, eigentlich noch ein lustiges Ereignis. Es ist nicht weltbewegend. Aber, kann man machen. Es ist wunderbar, wie es so ein Bett ist. Irgendwann teste ich das. Einmal muss ich das testen. Und wenn du selber eins mitbringen musst. Ist das so, oder? Weiss doch nicht. Nein, ich rege auf, wenn sie das nicht machen. Nein, das ist voll daneben. Ich habe es wirklich nicht geschnallt. Es kommt immer so ein Möbelwagen. Es heisst irgendwie VIP-Bed und VIP-Lounge. Ich dachte eigentlich, Bad, ich will nicht übernachten. Es ist nicht geschnallt. Du musst die IKEA-Lounge nehmen. Willi? Ja. Ich brauche eben eine neue Haare für Terrassen. Hast du eine Empfehlung? Schauen wir nachher. Ja. Weiter mit dem Film. Okay. Film, Film, Film. Kino haben wir ja alle. Also, ihr habt es nie im Kino gesehen? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, äh. Kopf, 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 Kino. Hey, äh, ich habe tatsächlich geschaut, was so läuft. Und ich habe nichts gefunden, wo mich, wo gerade mir richtig hier gelaufen war, wo mich gereizt hat. Also, ich habe es wirklich... Der Film, der mich am meisten gereizt hat, äh, ja, der läuft bei uns halt einfach erst jetzt Ende Januar. Da. Da. Ja. Ja. Blöd. The Trip. The Trip. The Trip. Vom Spike. Ja, genau. Äh, definitiv ein kleines Highlight in letzter Zeit gewesen. Ähm, und zwar, The Trip ist, ähm, ähm, eine norwegische Produktion, inszeniert von Tommi Virkola. Und der Alex hat ja auch schon ein paar Mal von ihm erzählt. Das ist der, der Dad Snow gemacht hat, oder jetzt gerade frisch Violent Night. Und jetzt ist der Trip auf Netflix gewesen, vom 2021. Ähm, unter anderem mit der Nomi Rapaz, die man ja kennt aus der Stiglasen-Trilogie. Geil. Einfach geil. Eine Home-Invasion-Story, mit wirklich harten Szenen, mit ein wenig Verwirrungen, und halt mit dem norwegischen Humor. Wirklich, du hast, du hast nicht mehr gewusst, was könnte jetzt als nächstes passieren. Also du hast, du hast einen Haufen Überraschungen gehabt. Der Film ist, er ist brutal gewesen, er ist spannend gewesen, er ist mega witzig gewesen. Also wenn du, den Humor dazu hast. Ähm, du musst das, eben, der nordische Humor, der ist ja ein bisschen eigen, dem Film, grossartig umgesetzt. Und ich würde auch sagen, ähm, absolut tauglich, für auch Leute in unserem breiten Grad. Also, es ist wirklich absolut easy, verständlich und cool gewesen. Die Schauspieler haben alle sehr, sehr gut gepasst. Einfach wirklich cooler Film. Kein bisschen langweilig gewesen. Ja. Ja, hast du schon warmer gehört, dass der noch witzig war? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Das ist ja ein Trip. Ja. Und der ist auf Netflix, hast du jetzt gesagt. Also, Emil, ähm, das ist... Nicht Sky. Also, ich sehe Sky. Oder Sky auch. Kann das auch noch sein? Aber Sky ist eben auch drauf. Ja, es kann natürlich sein, dass sie jetzt geändert hat. Ja, Sky ist schon jetzt einmal sicher drauf. Ich habe irgendein Netflix bekommen. Es könnte auch Sky gewesen sein. Aber eben, ich habe ihn um den 20. Dezember rumgelöpft, das ist auch schon im Moment, vielleicht hat sie jetzt gewechselt. Ja, das kann sein. Aber klar sei, dass es Sky war. Ich habe ja beides. Mhm. Kann ich empfehlen. Wie viel Sky? Mhm. Was denn? Kingpin. Yo. Ja, ich habe wieder einmal meinen guten alten Kollegen, den André, vom Filmarchiv zu besuchen. Da haben wir Filmöbeln gemacht und wir haben irgendwie Lust auf noch irgendeine Komödie, wo sicher einer von uns zumindest weiss, dass sie funktioniert. Und er hat noch nie Kingpin gesehen. Und wir haben doch schon ein paar Mal über Kingpin auch hier geredet, oder? Ein Film von den Farrelly-Brüdern. Das war der letzte Film vor eigentlich im grossen, grossen Durchbruch, sag ich einmal. Wie dumm und dumm war eigentlich schon auch durchbruch gewesen. Aber ich sage jetzt, der grösste Hit wahrscheinlich der Erfolg ist sicher der Something About Mary. Kingpin ist genau zwischen denen rausgekommen und mit Woody Harrelson als abgefuckten Bowling-Spieler ohne Hand. Es ist wirklich... Und mit dem... Es ist wirklich... Ich mag sie einfach sehen. Randy Quaid und Bill Murray ist ja grossartig. Ja, Bill Murray absolut fantastisch. Ganz genau, ja. Und er hat ja wirklich Strike-on-Strike geworfen. Das ist anscheinend nicht so... Es ist nicht beschissen oder so. Er ist wirklich einfach saugut. Er ist, glaube ich, wirklich ein personierter Bowler. Ja. Er hat ja, glaube ich, sogar in Zombieland in seinem Haus eine Bowlingbahn gehabt. Das kann sein. Das kann sein. Auf jeden Fall es ist halt einfach... Überhaupt die Pharelli-Brüder wirklich so... Mitte, Ende 90 Jahre sind wirklich... Die haben wirklich der dreckige Humor wieder in die Kinos gebracht. Wo es so ein bisschen verbündet war damals. Und... Aber irgendwie... Immer... Bei ihnen das gefällt mir einfach... Weisst du, nur dreckig finde ich so ein bisschen cheap, oder? Ja. Sie haben immer noch auch mega viel Herz. Und immer dann, wenn es schon fast schnulzig wird, dann wird sie unterbrochen mit einem richtig schlechten, niederen Witz. Und das können sie einfach meist straffen, meiner Meinung nach. Ja, und sie gehen auch meistens nicht zu weit. Sie gehen weit, aber nicht zu weit. Ja, sie gehen schon sehr weit. Ja, ja, aber andere hätten zum Beispiel, wo Ishmael ins Piss fahren gekackt, hätten sie noch mehr gezeigt. Ja, sie hat nur den Gag gezeigt. Genau. Gut, meine Lieblingsszene ist halt immer noch Buttercup. Das Pferd. Ja. Das größte Pferd im Stall und dann so, ja, kannst du bitte mal die Huf entfernen und dann schneiden sie einfach die halben Beine ab. Es ist einfach der Witz. Jedes Mal, ich habe wirklich, die Szene kommt ungefähr nach einer halben Stunde oder so vom Film. Ich glaube, ich habe in den letzten vier Stunden immer noch immer wieder gelachen wegen dem, dass er als geister Vater hatte, wo plötzlich so ein Pony gross ist. Gut. Oder halt das Kuhmelchen. Ja, das Kuhmelchen ist auch herzig. Wir haben gar keine Kuh. Mit dem Milchschneuzli. Ja, und was ich auch muss sagen, sie ist halt auch noch wirklich eine hübsche Frau, die Vanessa Angel. Ich weiss gar nicht, wo haben wir sie so kennen? Ich glaube, die hat eigentlich nicht viel sonst gemacht, oder? Doch, sie hat einiges gemacht. Spionen wie wir, Stopp oder weil eine Mami scheisst. Okay, sie hat vielleicht nicht unbedingt nur die besten Filme gemacht, weil auch Planet Raptor oder Raging Sharks, weil die können wieder geil sein, die müssen sie reinzupfen. Ja, I don't know. Aber wirklich einfach ein cooler Film. Mir macht Laune. Immer wieder. Ging Bin. Die? Die? Ehhhhhhhhh. Ich habe doch gerade Krampus. Ja, ich habe natürlich auch ein paar Filme geschaut, welche so Season, so Saison passen, oder? Ein bisschen weihnachtlich. Hey und Krampus finde ich halt einfach wirklich einen von den Top-Vertretern. Aus dem so, wie du das in Horror- Komödie-Bereich. Mhm. Vor allem wenn es um Weihnachtszeit geht, sowieso. Ähm, ich finde einfach fantastisch lustig. ersten Mal sind praktisch viele von den Effekten in Hand gemacht. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Es sind wirklich Puppen oder Animatronics oder oder Kostüme. Ähm, und vor allem einfach die erste halbe Stunde oder so von dem Film ist halt einfach nur eine Komödie über familiedisfunktionale Familien, die sich zusammenraufen oder eben auch nicht am Familienfest und einfach die ganze unterschwellige Aggression und das Anficken voneinander. Ich finde es, es ist selten so gut gemacht wie dort. Er verliert sich ein bisschen. Also wenn es dann nur noch auf Horror ausgeht im weitesten Sinne und sie nur noch ein Viech nach dem anderen bekämpfen, ja, dann ist es ein bisschen 0815. Aber die erste halbe Stunde tut sich wirklich rausgehauen und halt die ganzen Viechen wirklich cool aussehen. Also, ich erinnere mich sicher so an Jack in the Box, weisst du, wie eine Schlange ist, die sich rumgeräuchte mit den vielen Zehen und auch das Design von Krampus selber finde ich fantastisch geil. Und, mir gefällt auch der Schluss. Okay. Ihr habt ihn beide gesehen? Nein. Was? Aha, ihr habt ihn gar nicht gesehen. Halles Weihnachten. Ja, aber dann ist es ein perfekter Film für dich. Ja, aber dann kann ich auch ja. Nein, der würde dir gefallen. Ja. Das ist wirklich toll. Was? Den hätte ich jeden gesehen. Ah, nein. Krampus selber ist schon eine Figur, die irgendwie aus Eidnisch ist. Ja, also eben, im Deutschen gibt es das auch im Süddeutschen Bereich, aber vor allem auch in Österreich. Auch in der Schweiz gibt es ja so Krampus Umzüge tatsächlich. Aber so in den Bergen Ich will eben unbedingt mal zeigen, die sehen ja wirklich geil aus mit den Hörnern und so. Wirklich brutal, böse eigentlich. Wie Monster halt, oder? Mhm. Und äh... Lecetal sind zwar kleine Krampus, aber es geht so ein bisschen zu ziehen, oder? Was? Lecetal. Das ist doch die Maske, die... Ja, ich glaube, es geht schon ein bisschen. Mal. Ich glaube, es hat aber einen anderen Hintergrund, woher es kommt. Geistervertrieb, wenn die... Ja. Ja. Also den genaue Hintergrund vom originalen Krampus kenne ich nicht. Da ist es ja... Ja. Da ist es ja... Da kommt es schön aus dem Deutschen. Sie sind ja eigentlich eine deutsche Familie. Die Mutter redet, das finde ich recht cool. Das ist wirklich ein Deutsch. Ich meine, im amerikanischen Film, wenn sie Deutsch reden, dann weisst du eigentlich, es geht immer schief. Also sind wir ehrlich, ja. Ausser vielleicht bei Glorious Bastards. Ja. Janik Rügel, ja. Ja. Aber da funktioniert es auch, weil sie ist halt wirklich ein Deutsch. Weisst du? Und redet dann halt einfach perfekt ins Deutsch. Ja. Er, der Vater spielt, den ich ja grossartig finde, eine Serie Severance oder Adam Scott. Er sagt einmal zu seiner Mutter einen Satz auf Deutsch. Ich glaube, ich habe ihn vierter Mal zurückgespülen, noch nicht verstanden, was er will sagen, aber es ist okay, ja. Nein, aber toller Film. Kampus kann man sich immer wieder gönnen. Ja, dann. 127 Hours, nein. Ja. 127 Hours, habe ich jetzt endlich einmal geschaut. Endlich? Ja. Er hat schon oft von dem gehört. Er ist ein Danny Boyle-Film. Ich mag einen Danny Boyle, eigentlich. Ähm, wo er eine Geschichte, da muss man nicht so viel darüber sagen, über einen Bergsteiger, wo er in der Bergwüste von Utah einen Unfall hat und von einem Felsbrocken eingequetscht wird, also der Arm eingequetscht wird und dann eben die 127 Stunden dort ist und sich dann befriert wird mit einem dumpfen Sackmesser. Jo. Ja, die... Hey. Gefällst du dir Schweizer Messer halt? Nein, er sagt ja noch selber, als wäre ja mein Schweizer Offiziersmesser angekommen. Dann, äh, ja, wäre das nicht so tragisch. Aber das, äh, das, äh, das billige Ding, was so eine Taschenlampe dazugehen hat, das hält einfach gar gar nicht und nicht mehr eine Taschenlampe funktioniert. Ja. Scheisse. Und das war schon mehr witzig, als der ganze Film dann ist. Ähm, hey, hat mich nichts umgehauen. Hat mich wirklich nichts umgehauen, er ist nichts anderes als einfach ein freier Influencer, der alles besser weiss, sich für den härtesten Hund hält, ähm, und es aber nicht einmal fertig bringt, irgendjemandem zu sagen, wo er herangeht. Und, ja, also, die paar Szenen, wo er sich probiert, ähm, mit all dem, was er gerade dabei hat, selber zu befreien, wirklich, ähm, versucht, mit dem Seil, den er dabei hat, ähm, Schlingen und Hebel zu bauen, mit verschiedenen Knoten, und so. Die sind interessant, die sind wirklich cool. Und du siehst halt die ganze Zeit, ähm, wie er sich selber filmt, mit der Videokamera, und das muss der andere wirklich gemacht haben, haben sie die Szenen mehr oder weniger eins zu eins nachgespielt. Ja. So sehr, irgendwie, auf die, auf, mitleidsdrucksdruck. Ich konnte mit dem Typ kein Mitleid haben. Null. Das ist mal eine Sache, die Abzüge gibt. Es gibt ganz viele, die finden total perfekt und alles. Es sind auch ein paar Sachen, die wirklich, gut gemacht sind, effektmässig, wo man, Sackmesser einsetzt und so, das ist gut gemacht. Aber, ähm, habe ich mega anstrengend gefunden, zu schauen. Zum Glück hat Danny Boyle noch Regie gefeiert, weil er noch ein paar Stilelemente, die er reingebracht hat, mit, ähm, Sachen, die etwas später sind, dann wieder rückblendet, dann noch etwas verschiedene, überlappende Bilder, ein bisschen spezielle Farben und so. Das hat es noch einigermassen interessant gemacht. Mhm. Der Rest? Nö. Aber, und alle sagen immer, oh, das sind mega Landschaftsbilder und bla bla. Ja, weil es halt die Landschaft ist. Da musst du nicht mehr viel machen, um diese geilen Szene zu setzen. Sieht halt einfach so aus. Aber, sorry, wenn ich... Ja, aber, aber, sorry, ich finde Wanderer scheisse. Ich finde es scheisse, irgendwo nachher zu gehen, um einfach so etwas anzuschauen. Da kann ich mir genau so die Postkarte anzuschauen. Sehen Sie einmal, man muss nicht so einen Zwei-Stunden-Film schauen. Ja. Hat mich nicht so gehabt. Verstand ich. Aber, eben, es gibt viele, die das einen perfekten Film finden. Wanderer oder so, weisst das auch nicht. Ähm, Jo. Hey. Da kenne ich mich auch zuerst ein gutes Bild bekommen. Hey, sie haben nicht... Sie haben einfach den richtigen Ort ausgesucht. Also, sie haben... Ich meine, es ist ja eine Autobiografie. Es ist ja eine Geschichte, die ja passiert ist. Also, nicht eine Autobiografie. Es ist einfach eine wahre Geschichte. Es ist ja nur ein kurzer Abschnitt. Ja. Also, biografisches Filmdrama. Ja. Das wäre ein schönes, langweiliges Leben. Das Einzige gewesen ist, was er erlebt hat. Ja. Ich meine, wenn du Wichst unter der Decke, das kannst du auch nicht bringen. Vor allem nicht, dass er eine Hand weniger hat. Ja, gut. Umso spannender. Ja. Sorry. Mit dem Messer noch in der Hand. Für mich ist das jetzt einfach kein Held. Wenn man jetzt... Es gibt wieder andere, die dann sagen, ja, dass ein Mensch zu so etwas feig ist. Geht mal in... Menschen sind so schlimm und feig. Geht mal in ein Kriegsgebiet und schaut mal, was dort gewisse Leute noch herkriegen mit abgeschossenen Gliedmassern und all solche Sachen. Also... Du, ohne Messer hat er sich auch daran abbeissen. Also, macht es bitte nicht. Nicht, dass euch dann auf uns berufen und sagt, joo... Die haben gesagt, du sollst mal gehen. Nein, einfach... Jo. Nein, interessiert mich auch. Es ist einfach wirklich... Und dann... Hey, sorry, ich weiss nicht, ich kann den James Franco irgendwie nicht mehr sehen. Ich weiss nicht, ich kann ihn einfach irgendwie nicht mehr sehen. Ja, ich finde doch, er hätte schon eine coole Rolle gemacht. Ja, er hätte... Ja, er hätte... gehabt, aber irgendwie... Ich mag ihn nicht mehr sehen. Frag mich nicht, wieso. Dann machst du es. Ja, gute Idee. Er macht ja sowieso nichts mehr. Was? Ja. Jetzt? Ja. Nein, 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 das ist glaube ich ein Gräusel. Oder wie auf dem Vorder so ein Gräusel ist. Ich meins... Ja. Ja. Mhm. Jo. Ja, gut, he. Und das nur, weil er mal Tommy wie so gespielt hat. Was? Nein. Stimmt, ja. Der hat ja gespielt. Wahrscheinlich in der Rolle bleiben. Ja, ich glaube es auch. You betrayed me. Ähm, ja. Okay. One and twenty seven hours. Ähm, macht euch selber ein Bild. Eben, es gibt Leute, die halt nicht für einen perfekten Film. Ich nicht. Schaut selber. Ich bin aber nicht dafür verantwortlich. Na gut, das sollte ich erwähnen. Ja. Ja, ne, ist auch eine Warnung. Ja. Also, wenn Wanderer scheisse findet und Landschaftsbilder lieber einfach nur einmal schnell auf einer Postkarte anschaut. Wanderer? So findest du Wanderer? Kacke. Jetzt ist es auch langweilig. Scheiss langweilig. Also, ich finde auch ohne Ziel finde ich es sehr doof. Genau. Das ist bei mir. Ziellos rumlaufen finde ich einfach doof. Ja. Das nehmen wir spazieren. Ja, also, ziellos im Berg hochlaufen ist einfach anstrengendes Langweilen. Anstrengendes Spazieren, ne? Ja, also, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, da fünf Kilometer weit oben, dann kannst du auch dann anfangen, dann hast du die geilste Beiz, bekommst du die geilste Cocktail. Okay, okay, kann man darüber reden. Ja, vor allem durch Einweg wird dann beschwingt. Was? Na gut, fünf Kilometer sind ja auch noch easy. Gut, je nach Höhemeter durch Scheisse. Wenn es den Berg durch rauf geht, dann rollst du eben runter. Ja, das ist wohl wahr. So seitlich. Ja, funktioniert. Packst die in so ein paar alte Gummireifen und flumm. Was wimmelt in den Alpen? Die Schweizer Alpen sind voll mit Gummireifen. Ja, jetzt nicht mehr, wenn alle damit runterrugeln. Ja, eben. Das ist das Problem. Ja, genau. Früher noch. Früher noch, als wir noch jung waren. Genau. Haben sie Gummireifen noch und mögen den Berg aufschleppen? Nein, das ist eigentlich nicht. Gute Seite gesehen. Ja, ja. Raging Grace. Raging Grace. Hey, Raging Grace. Das ist so ein kleiner, wie ich sage, so ein kleiner Überraschungsfilm für viele. Der ist an diversen Festivals gelaufen. Und der ist mir von allen Seiten empfohlen worden. Ich habe überall irgendwie gefühlt, alle, die meinen Umfeld gesehen haben, auch sehr geil gefunden. Ich habe mich mega gefreut darauf. Ganz kurz geht um eine philippinische Einwanderer in London. Die ist so illegal eingewandert. Und sich mit so Hausarbeiten über Wasser haltet und eigentlich Geld sammelt mit ihrer kleinen Tochter. Um halt ein Visum zu kaufen quasi. Und dann kommt sie an einen Haushalterinnen-Job. Bei einem todkranken Mann, alten Mann im Bett und seiner Tochter. Und ja, hat extrem viel Sozialkritik drin. Und natürlich passiert dann etwas ganz, ganz Wildes. Und immer wieder etwas Wildes. Und es entwickelt sich dann eher zum Horrorfilm. Und... Hey. Das Problem ist wirklich, was ich habe. Ich glaube, die Erwartungen von mir sind einfach zu hoch gesehen von all den Leuten um mich herum, die das so wahnsinnig grossartig gefunden haben. Ich habe überraschend viele von den Wendungen voraus gesehen. Und ich bin wirklich das Schlechteste in dem. Ich bin wirklich... Wenn ich einen Film schaue, ich überlege mir das auch oft gar nicht. Also ich... Ich erraute eigentlich nie, oh, jetzt passiert dann das und das. Ausser es ist halt wirklich Marvel oder so. Weil dann weisst du, was passiert. Sonst kann es nicht weitergehen. Aber da habe ich wirklich viel zu viel voraus geahnt, was ich nicht hätte wollen. Ähm... Der Film aber an sich ist saugut gemacht. Weisst du, es ist schön gedreht. Ähm... Er hat einfach für mich ein wenig zu wenig eigenständig gesehen. Und ein bisschen zu sehr so in der Jordan-Peel-Schiene innen gesehen. Weisst du, so ein wenig diese Sozialkritik oder... Jetzt nicht unbedingt per se Rassismus, wobei das auch ein Thema ist. Es geht eher so ein wenig um extrem reiche, extrem arme Leute. Eben Asylsuchende und so weiter. Es geht eher in diese Richtung. Und der Score ist, wie er gesagt hat, auch auf den Sack gegangen. Weil das ist immer so ein... Weisst du, irgendwie so Holzdeckchen aneinander schlagen und das Zeug. Auch was man ein wenig von Jordan Peele in den Filmen kennt. Meiner Meinung nach, zum Beispiel habe ich so eine Erinnerung. Ja irgendwie, es hat mir zu wenig Eigenes geboten. Aber ich habe einfach in der falschen Stimme geguckt. Es kann auch sein. Immer möglich. Aber ich glaube, die Wartels sind einfach zu hoch gewesen. So schade. Es ist ein super Film, also den kann man sehr gut schauen. Und ich bin sicher... Ein grosser von den Leuten, die das schauen werden und sich das Genre auch interessieren, werden ihn auch toll finden. Mhm. Ich habe mich einfach ein bisschen mehr erwartet. Aber sehr sehr sehenswert. Okay. Raging Grazli. Raging Grazli. Raging Grazli. M-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m. Ja, was willst du? Ah, mal geht. Dann ist es ein anderer von Ricky Grieres, was? Äh, das neueste Programm von Ricky Gervais. Das jetzt gerade am 25. Dezember rausgekommen ist. Ich habe es auch gerade in dieser Nacht geliebt. Ähm, ja, kann man kurz sagen. Wenn man auf der Humor von Ricky Gervais steht, auch das unbedingt schauen. Es ist nicht das böseste Programm von ihm. Ich würde sagen, etwa Mittelfeld von denen, die als Comedy Special auf Netflix drauf sind. Aber, hey. Ich habe es recht cool gefunden. Okay. Vigi. Ja, dann. Ich bin mir am überlegen. Ich bin ja nicht so der Stand-up-Typ eigentlich. Vor allem will ich nie wie du 80 Stand-up-Comedy Specials in der Woche schauen. Hey, das ist einfach irgendwie mein neuestes Ding. Ja, ich weiss, das ist okay. Irgendetwas muss ja machen. Aber ich bin so am überlegen. Aber es kostet 80 Franken. Den Teddy schauen. Teddy Techlebrand? Ja. Angelo Mertöl und so. Take you, Wendy. Take you, Wendy. Ich habe ihn ewig nicht cool gefunden. Wegen LOL wahrscheinlich, oder? Ja. Ich habe es nicht einmal auf die Liste genommen. Ich habe jetzt Weihnachts-Lol geschaut, wo er auch dabei ist. Da habe ich ihn zum ersten Mal richtig witzig gefunden. Ich finde, er ist halt einfach so, er hat so kein System. Das gefällt mir eben bei ihm. Bei ihm weisst du wirklich nicht, was passiert. Bei den meisten erotischen Kits-Pointen. Bei ihm weisst du einfach nicht, was er will. Ja, einiges Mal haben sie eben Teams gemacht. Immer Frau Ma. Okay. Ich kann nur einen Ausstieg sehen, wo er irgendwie ein Hamster synchronisiert. Ja, ja. Eigentlich musste es total in die Hose gehen mit dem Team, wo er war. Aber dazu wurde es auch gut. Er war mit der Kebekus im Team. Und irgendwie fand er es brutal gut. Okay. Okay. Ja. Aber als Gegner hatten sie natürlich ein paar Tefka und Engelke. Und die sind so aufeinander eingespielt. Ja, die finde ich gar nicht so lustig, die zwei. Dank Engelke fand ich noch nie lustig. Und auch Lady Gracher. Nein, nein, nein. Das ist ja etwas vom langen. Nein, Lady Gracher ist nichts. Wirklich nichts. Also wer Gags schreibt dort. Aber halt. Also das ist wirklich. Ja, ja. Nein, zur Wochenshow-Zeit meine ich. Leute, die Lady Gracher geschaut haben, waren die gleiche, als sie über den Humor bei Police Academy in der Frau auf 8 geredet haben. Und sie sagten, ja Mann, die machen Gäste gleiche. Das ist doch schon klar, oder? Das ist so. Nur weil jetzt die Frau vor uns ist es nicht weniger. Aber hey, was weiss ich. Nein, so eine Wochenshow-Zeit. Ja, klar. Das ist klar. Ja, und darum kennen sie sich ja noch von dort. Und die haben hier einfach immer noch die Chemie. Ja. Und immer mehr. Ja, glaubst du was? Ja. Also ich sag mal, die Zukunft, wenn man sich von dem etwas hört, habe ich letztens entdeckt, der Troy Bond. Troy Bond? Troy Bond. Weiss er so. Ist ein Stand-Up-Comedian in Amerika. Ich glaube, in New York wohnt er. Ich bin in der Zufall darüber gestossen, habe sie reingelassen, und seine Sachen angeschaut und gemacht hat. Also wirklich, du findest man damals nicht irgendein Netflix oder so etwas Größeres. Ist wirklich noch so im Chor. Aber auch, ich habe dann gesehen, von anderen Leuten, die über YouTube und so über diesen geredet haben, und gesagt haben, das ist wahrscheinlich der Nächste. Okay. Er hat auch viele Programme, die dann irgendwie interagierten mit den Leuten, also mit den Zuschauern. Und dann immer wieder hast du so Cairns. Cairns heisst sie genau. Und dann irgendeine Drei-Schnurren, die halt betrunken sind, und dann irgendeine auch sagen, du bist gar nicht witzig. Der dann halt so findet so, also geht dann halt noch plassiert und gibt ihn auch wirklich zurück. Und dann findet irgendeine so, es ist echt ein Problem, du zahlst von der Arneco, zum jemanden losen, der einen Witz macht, und du sagst, er ist nicht lustig, und bumm, sie ist nah. Du weisst schon, dass du vollieren wirst, wenn du das gegen mich hast. Du du liest schon solche Dinge. Oder halt irgendwie, er ist recht ein Nerd, er hat immer so Sachen an, Batman- und Spider-Man-Sachen. Und er hatte ein T-Shirt an, von Spider-Man, von Black Spider-Man, irgendwas 1980, ich glaube 80 ist es gewesen. Wenn man jetzt nicht 80 oder 70, irgend so etwas. Äh, 70 kann nicht sein, da hat es Black Spider-Man noch nicht gegeben. Dann ist es irgendwie, wir haben ihn gefunden, er hat ihn diskutiert, und dann hat er gesagt, du mit deinem Spider-Man-Shirt, und dann hat er gefunden, er ist nicht Spider-Man, es ist Venom. Ja. Suss geht. Und dann hat er angefangen, so, nein, es ist mal nicht zu bleiben, es ist Spider-Man, er hat ihn, wie ein Nerd aufs Ganze geklärt, und dann hat er gefunden, wie ein Nerd, ich komme zurück, irgendein Trenchcoat und eine AK-47, irgendwie so. Okay. Und ich knallhart rein, und ähm, mich, der ist gut. Okay. Troy Bond. Troy Bond. Also okay. Ja. Aber bei Spider-Man, ich habe Spider-Man, No Way Home gesehen, gerade gestern. Ah, nicht jetzt. Was? Also ist das eine Braxis, oder nein? Nein. Oder was? Wie? Das ist ja noch der Gute, oder? Äh, Stimmt genau, Long Way Home, Ah, No Way Home ist der dritte, mit Tom Holland gesehen. Ja. No Way Home ist der dritte. Ja. Ah, stimmt. Mit dem Multiversum. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und? Äh, Also so wie ich erzähle, sind so insgesamt neun, mit jeweils drei, verschiedenen Schauspielern, wo immer drei Filme gemacht haben. Ja, das stimmt. Nein. Garfield hat nur zwei gemacht. Stimmt. Okay. Ja, das stimmt. Obi Maguire drei, Garfield zwei, und jetzt Tom Holland drei. Nummer drei. Und dazu ist er halt noch in diverse Avengers Filme. Ja, 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 ja. Etwas anderes. Da musst du aufhören. Ja, genau. Absolut. Also ich glaube, die ersten drei habe ich gesehen, teils gesehen, lange nicht mehr. Jetzt von den Neuen, die ersten zwei nicht, die letzte. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich etwas nicht gewusst hätte. Und du hast alles richtig gemacht. Und, ähm, ich habe es immer so schlecht gefunden. Also ich habe es eigentlich immer haltsam gefunden. Sehr wertig gemacht natürlich. Natürlich da ist ja das Multiversum vor den Kunden. Ähm, und dann können wir so die alten Mönsterli, wo sie dann kämpfen. Äh, und ich cool gefunden, aber irgendwie ist es so ein bisschen so eine, man nimmt halt alles Zeugs und macht noch mal etwas Neues draus. Ja, weil alles andere Scheisse war. Die ersten zwei habe ich so doof gefunden mit Tom Holland. Nein. Doch. Nein, der dritte habe ich nicht die geilste gefunden. Mit Abstand, das ist der erste, die ich wirklich gut gefunden habe. Ja. Also mit Tom Holland. Mhm. Ja, ja, ich habe einen sehr gut gefunden, glaube ich. Ja, voll. Ja, ich finde Spiderman gewöhnungsbedürftig. Ich habe zuerst, glaube ich, in einem Avenger, Dings, ist es, glaube ich, Da ist er zuerst mal gekommen. Im ersten Avenger, ja, in dem sie auftritt. Genau. Allerdings noch mit Masken, das sehe ich glaube gar nicht, oder? Er ist auf dem Flughafen. Das ist Civil War. Das ist der, äh... Ah, blöd. Ja, natürlich. Das ist der dritte Captain America. Ja, natürlich. Und, äh, nein, es ist nicht zuerst... Der erste, Spiderman, mit Tom Holland, effektiv Spiderman, das war das allererste. Dann ist Civil War gekommen und dann ist halt das ganze Avengers-Zeit gekommen und dann noch The Long Way Home und so. Ja, The Long Way Home. Genau. No Way Home. Okay, ja. Ja. Aber die hat dir auch gefallen, in diesem Fall? Ja, die hat unterhalten. Ja, ja. Aber, also... Ja, ich sage, es war nicht so schlimm mit dem ganzen Multiverse. Es ist einfach so... Es hat nicht viel zu tun mit dem. Ja, stimmt. Darum ist es eigentlich noch gegangen. Aber, also, am Schluss, klar, es war einfach ein bisschen Restenverwertung. Äh... Es war okay gemacht. Also... Ja, vor allem, was sie richtig gemacht haben. Endkampf auf einer Baustelle. Das war bei Spiderman immer das Beste. Mhm. Der Trick für die Serie ist es immer das Geilste gewesen. In den Games ist es immer das Geilste gewesen. Das hat es einfach wirklich mal gefehlt, weil... Auf so einer Baustelle kann der Spiderman einfach alles perfekt auspacken, was seine Fähigkeiten hergeben. Voll, ja. Das ist eben... Ja... Das ist wie Jackie Chan. Wäre auch eine tolle Vorarbeit. Jackie Chan ist auch immer in einer anderen Stelle. Ja, also es ist auch immer alles besser als Spiderman im Weltraum. Sorry. Das ist wirklich nicht so geschreckt. Viele haben es versucht mit dem Weltraum und sind gescheitert. Nein. Vor allem jemand, der sich eh schon schwerlos durch die Welt bewegt. Also in der Schwerelosigkeit das macht ja gar keinen Unterschied. Äh... Ja gut, auch kann sich wenigstens der Raketen fest krallen. Stimmt. Als Einziger. Ja. Irgendwann sind eigentlich Spinnennetz. Hm. Kommt ganz davon. Also... Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil der Tobey Maguire hat es ja selber gemacht. Also er hat es selber produziert im Körper und die anderen beiden nicht. Die haben es als Chemiker selber gemacht. Es ist ja die Frage, ob sie Formeln herausfinden, die mit Schwerelosigkeit funktionieren. Aber vermutlich musst du da noch irgendeine Gasdruckflasche auf dem Buch haben. Hast du den Troy Bond fragen? Er weiss es. Ja. Ja. Er ist mega. Haha. Er raucht nicht. Spiderman. Ja. No way home. Äh... Ich nehme mal den Wrong Turn... Maradon. Maradon, genau. Ja, ähm... Ich habe doch erst gerade kürzlich abgeschlossen äh... mit äh... mit Texas Chains mit einem Sack und dann habe ich gefunden... Äh... Ja, ich nehme gerne noch ein Bier. Sag ich nicht nein zu so einem Ueli. Dankeschön. Ähm... Und jetzt habe ich gefunden, jetzt muss ich mal mit Wrong Turn das gleiche Spiel machen. Weil die ersten zwei habe ich ja gesehen und den ersten mag ich sowieso sehr gerne. Das finde ich wirklich einer der so besten Backward Slasher. Mhm. Ähm... Und der zweite hat mir auch wahnsinnig Spass gemacht. Wir hatten auch schon einen rechten Qualitätsunterschied. Aber immer noch sehr unterhaltsam. Yo! Und dann habe ich gefunden... Jetzt schauen wir mal noch 3, 4, 5, 6. Ich frage mich schon auch ein bisschen, wieso ich das eigentlich mache. Aber irgendwie... Ich war einfach gerade in der Stimmung gewesen. Ich hatte Zeit gehabt. Fuck my life. Ähm... Die dritte Idee ist wirklich schon mal ziemlich müllig. Äh... Wie ich finde. Weil... Ich kann sie nicht einmal mehr auseinanderhalten. Er war einfach nicht geil gewesen. Ich weiss nur noch... Bei dem einen... Also es ist so ein wenig mit Leuten, die man schon abhauen aus einem Gefangenentransporter. Und äh... Und die Überlebenden aus dem zweiten Teil, die trifft dann die. Und dann geht sie mit den Gangstern. Da ist sie unterwegs. Noch ein Nazi ist dabei. Und so. Und man meint Bösewicht wieder vielfach den Kopf aufgeschnitten von einem von unseren Kollegen. Ich glaube von Free Finger oder so heisst er. Mhm. Und äh... Und das Hirn ist so lustig gemacht. Es war einfach durchsichtige Geliermassen. Mhm. Also was wissen wir? Latino Gangster haben durchsichtige Gehirn. Wieder was gelernt. Mhm. Denen habe ich gefunden. Weiter geht's. Ein paar Jahre. Wrong Turn 4. Bloody Beginnings. Und das ist schon mal das erste Mal einer, der in eine andere Richtung geht. Weil der eben durchaus Spass gemacht. Mhm. Weil ähm... Der ist wie ein Prequel. Also der spielt quasi auf die Jugend von diesen Hinterwaldschlachter an. Oder? Also für die, die wissen, sind halt so degenerierte Hinterwaldler, die Menschen fressen. Mhm. Genau. Aber wirklich hardcore Mutanten halt. Also wirklich Wiestevögel. Und da geht's halt darum, spielt halt in einem... Erstmal in einem Schnee-Szenario. Schnee ist immer gut. Es sind zwar wenig draussen dafür. Das ist ein bisschen schade, aber... Und halt in der Psychiatrie, wo sie gross wurden. Mhm. Und das hat irgendwie Spass gemacht. Auch vielleicht, weil sie... Ähm... Ein bisschen Musikfestival, wo alle hingehen. Sie haben äh... Ehm... 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 Nein, ich bin nüchtern. Du hast dir vorher sicher etwas drückt. Ja, die Barbierer, ich bin jetzt nüchtern. Ja, also, nein, du siehst, also zum einen, er ist ja der wüstigste Sieg, was es überhaupt gibt, also Segelohren, die wüstigsten Säden, die es nur gibt. Bierbar noch. Genau, er hat es sich dann gegen den Schloss machen lassen. Ah. Irgendwann hatte er gar keine Schufeln mehr. Und alles so. Hey, aber talentiert bis zum Bach runter. Also, das haben mir auch alle gesagt, hey, du eigentlich bist ein Schriftsteller, der auf der Bühne steht. Und er hat halt auch ganz, ganz viele Leute beeinflusst. Johnny Depp ist Produzent gewesen, hat auch diverse Interviews mit ihm geführt. Die sind ihm seit 30 Jahren befreundet gewesen. Gegenseitig aufs Bett geschissen. Hey, wenn du den Altersunterschied anschaust, die haben einen Altersunterschied vor, glaube ich, 6 Jahren. Und Johnny Depp sieht auf 20 Jahre jünger aus. Aber lassen wir das Thema. Hey, es ist eine 2-Stunden-Doku. Darum ist die auch auf Ate gelaufen. Aber hey, ich muss sagen, die ist jetzt wirklich mal deep gegangen. Ja. Es ist wirklich deep gegangen, ganz viel beleuchtet. Es hat natürlich auch geholfen, dass er noch am Leben war, die ganze Interviews hat gegeben. Und sich an das ganze Zeug noch erinnern. Egal, wie kaputt er mal war, aber sein Hirn war immer noch da. Ist er nicht dort, wo als Frau immer nebenbei ist? Bei gewissen Interviewsequenzen hat sie uns gefeiert. Genau. Es sind etwa 5 oder 6 verschiedene Leute, die Interviews mit ihm machen. Und dazwischen einfach noch inszenierte, die verschiedenen Sachen, die dort und dort passiert sind. in der Pressebericht und so. Es ist wirklich eine gute Doku. Spannend, bewegend und am Schluss, ja, du musst wirklich mal ein bisschen reflektieren. Habe ich das jetzt gut gefunden? Oder es ist schlecht gefunden? Ist es einfach ein armer Sicherung sich kaputt gemacht hat? Oder ist es so, wie er sagt, ist er ein Künstler gewesen, der aufs Leben genossen hat? Hey, aber sehr, sehr empfehlenswert. Gerade wenn man sich für diese Art Musik auch interessiert, für Musik im Allgemeinen. Hey, da habt ihr eine super Künstler-Doku. Alright. Super. Croc of Goat. Ja, dann haben wir hier noch die Gremlins. Ja, ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Einfach einer von den tollsten Filmen ever. Ich liebe ihn wirklich sehr. Klar, er hat auch seine, er hat schon ein bisschen ein paar Tiener angesetzt, so gewisse Momente. Aber ich liebe es einfach. Ich liebe so viele Szenen, ich liebe einfach das Design von den Gremlins, der Score von Goat. Es ist einfach alles geil. Und da ist auch wieder, du merkst einfach wieder auch extrem halt da, klar, der Show-Danti-Film, oder, Chris Columbus, Treiburg, aber du merkst einfach, dass Steven Spielberg präsentiert am Anfang, da bist du einfach, dann hast du mich einfach, dann weiss ich einfach, hey, du unterhalte dich, gerade eben, in den 80er, 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, hast du einfach gewusst, du wirst pervers gut unterhalten und das ist einfach so gesehen. Also ich glaube, da hat wirklich, schon Danti hat tolle Fälle gemacht, aber hat auch immer ein bisschen Schwierigkeiten bei gewissen Sachen, hat er nicht immer den richtigen Moment gefunden, zum Abspringen und so, finde ich. Und da merkst du einfach, da hat einfach den richtigen Moment Steven gesagt, hey, los, Joe, mach doch das so, mach doch sei das. Und ich finde ihn einfach fantastisch. Ich weiss nicht, Gremlins ist einfach der Shit. Ist ja im Kino Xenix gelaufen, sogar 35mm, hat mir leider nicht gelangt und dann hatte ich zu fest weh, kam rücken und so, und dann komm, bin daheim bleiben. Aber dann haben wir daheim geguckt und es ist halt einfach, love it. Gremlins ist einfach, lass das gehen, ding, 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 ding. Da heisst du mich einfach, oder? Ja, ein Gremlins. Ich glaube, das sind alle eine Meinung, das sind alle Fan, oder? Ja, ein Gremlins ist super. Sehr schön. Gut, da hat mir noch ein Glück gehabt. Ja, tu mich auch. Gremlins. Super, im Gegenteil so zu Rebel Moon. Ich bin der Einzige, der das gesehen hat. Jetzt kannst du loslegen. Ich habe so gehofft, dass jemand anderes der Shit schaut. Rebel Moon, das war ja Part 1, oder? Vom neuen Zack Snyder Film. Vielmehr schräg ich Serien, streck, alles in der keine Ahnung, was er vorhat. Ja. Da sind noch Gerüchte schon gehört, also ein neues Star Wars Universum und man möchte es kreieren. Ich habe ja nur von allen Seiten das Gleiche gehört, sogar von Vorwörtern von Zack Snyder Filmen, sogar die sind für einmal ernüchtert. Haben Sie es endlich anerkannt, dass er wirklich ein Hardcore überbewertet ist oder ist er auch wirklich so schlecht? Ich glaube, der kann einfach nicht mehr Geld umgehen. Aus dem Sci-Fi-Genre, wenn man so ein bisschen weglassen hat, ich meine, so ein Sci-Fi-Affine, da verzeiht man etwas, man ist froh, es kommt mal wieder etwas raus, etwas, was jetzt nicht irgendwie nur kacken ist. Darum, sagen wir so, er hätte in dieser Hinsicht unterhalten, wenn man es dann nüchtern betrachtet und die Augen auf dem Bildschirm konzentriert, nachdem alles in Zeitlupe mal wieder normal läuft, den Film hat man wahrscheinlich in 1 Stunde 14 Minuten durchschauen, anstatt in 2.14, weil die Helfe halt wirklich in Zeitlupe läuft. Ja, kommt man bekannt vor, wem. Es ist halt, man muss schon sagen, sehr bedient, vor allem im Star Wars-Universum natürlich schon, auch wenn man es ein bisschen anders umgesetzt hat, aber, ja, wenn dann halt irgendwelche Schwerder wieder mit in einem roten Leuchten, dann weiss man schon, ja, das ist ein bisschen wie sie das. Sind das die Böse mit dem roten Leuchten? Nein, nicht einmal. Niemals, das haben sie nicht geklaut. Es sind per se keine Laserschwerder, es sind normale Schwerder, aber die haben dann plötzlich auch verleuchten und sind dann ultrageile Schwerder gesehen. Und ich sage mal, auch so eine gewisse Raumschrift, das haben sie gerade gesehen, sodass sie schon inspiriert waren, auch vom Design, so ein bisschen, von der Machung von Star Wars und so. Ja, durchtut man sich schon. Haben sie die Form von Burschlaube? Ich weiss nicht, so eine Gay-Wing oder sowas. Das eine kann ich sagen, es war ein Haar gesehen. Ein Haar? Ein Haar-Wing? Age-Wing. Sehr gut. Aber man merkt schon, der ganze Film hat sich schon recht generell im Genre ein bisschen überall bedient, so alles zusammen genommen. Witzig, habe ich gefunden, Tijimo Hunsu, wenn er heisst, hat mitgespielt, der hat wie Gladiators mitgespielt. Als Gladiator, der hat vor allem den Kaiser behandelt, mit dem Marder, der noch... Maximus hat er ja gehört. Genau. Sag doch den ganzen Namen. Maximus Dezimus Meridius. Genau. Sehr schön. Er war nicht dabei, er hatte auch den Kampf und er steht auch durch General Titos im Rebell Moon. Ein ehemaliger Superduper General, der irgendwie sein Gesicht verloren hat oder irgendetwas, keine Ahnung. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Toll. Das haben sie auf einem Planeten und es ist halt immer so ein bisschen kulturell bedingt. Neun bist du mehr quasi im alten Japan und da bist du auf ein Planeten gegangen, der so ein bisschen wie das alte Rom war. Er war ein Gladiator der in einer Gladiatorenstadt mit Gladiatoren kämpfte und dort haben sie ihn mussten holen. Du musst ja was machen, Freitag. Was witzig ist, vielleicht war er ein Gladiator und er ist jetzt so ein Gladiator. Das ist ein mega-Gag-Sack. Man hat so etwas im Dreibuch wirklich Nuancen rausgeholt. Es tut so langweilig, es ist unglaublich. Ich finde der Titel schon so blöckknackt. Rebel Moon, das klingt wie so ein 70-Jahr-Lied vom, keine Ahnung. Bob Geldof. Ja, irgendwie so. Rebel Moon, oh you shine so bright in the dark night. Wieso? Das ist echt so Bullshit. Ich muss jetzt John Fogarty fragen für irgendwelche Filmtitel. Da kommt noch etwas Besseres in den Sinn. Jawohl. Voila. Rebel Moon ist doch einfach ich bin so froh, ich habe das nicht gelöst. Es ist der erste Teil vom Herrn. Ich weiss nicht, ob es zwei, drei, vier gibt. Ich glaube zwei und es gibt eben noch einen Extended Cut, der noch kommt. Das wahrscheinlich sowieso. Eine Serie ist aber schon im Raum gestanden. Hoffentlich nicht. Was Grundgerüst war, da alles andere ausgeschmückt, dann ist es doch wirklich so, ich meine, das Dreibuch hat ja auch mit seinem Team geschrieben und dann zwei anderen, die sie halt mit ihnen immer zusammenarbeitet. Zwei Hamster wahrscheinlich. aus dem Endeffekt habe ich gefunden, machen wir das wirklich so? Also es ist doch schon, wenn man in 170 Millionen reinsteckt, ja, ich habe mir nicht zwei Stenken am Schluss. Warum nicht? Ja, ja, ich habe gefunden. Willst du nicht so sein? Nein. Rebel Moon. Übrigens ist es auch Spiele nicht bekannt. Ja, ja, ja. Macht es auch nicht besser. Verzweifelte, irgendwie. Ja, ja. Da, komm, gehen wir doch mal schnell noch weiter. Da hat er über Daniel seine Zauberstecken nachgeliegt. Ja, ich tue das vielleicht an einem Ganzen zusammenfassen. Wir haben vor längerem im Kreis mit den Filmarchivleuten und jeweils Partnerinnen und Pedro und Mick hatten wir mal die Idee gehabt, einen Tag des schlechten Geschmacks. Und zwar habe ich gesagt, wie geil wäre es, wenn wir einfach machen, quasi, jeder bringt einen ultra schlechten Film, den er aber noch nicht gesehen hat, in diesem Fall. Und dann schauen wir die aneinander. Dann haben wir uns wirklich am Mittag getroffen, am 12 Uhr und bis am fast 12 Uhr in der Nacht haben wir sieben, sechs, sieben Filme geschaut. Und halt beide hatten dann einen schlechten dabei und hat mich immer schön gezogen, dass man hier den Namen und dann ist sein Film als nächstes gezeigt worden. Und angefangen hat das mit Crazy Race 3. RTL-Filme mit Otfried Fischer, Dirk Bach und Mundstuhl und all diesen Comedians von dort. Und ja, sie machen irgendwie einen Überfall und dann kommt noch Kati Kahnbauer und Nadal hat auch noch eine Rolle. Und es ist halt einfach wie ein riesen Brünzler gewesen. Sie rennen random noch mal rum mittlerweile. Ja, sie knacken jedes Schloss. Hey, es war einfach schlecht. Es war einfach schlecht. Humor ist ultra mies gewesen. Das dürftest auch heute nicht mehr so rausbringen. Und nicht auf die positive Ja, sondern es ist einfach nur schlecht. Es ist nicht lustig. Wenigstens ist immer etwas passiert. Weil ich auch ein bisschen Angst hatte, beim Tag der schlechten Geschmack, dass wir einen Film haben, die einfach nur langweilen werden. Das ist tatsächlich nicht so schnell passiert. Bei Crazy Race 3. Dann haben wir geschaut, Dido den Film, aber das ist ein Hausaufgott von uns. Da kommen wir dem nächsten drauf. Da dürfen ihr dann auch noch schauen und mit mir besprechen. Freue mich schon drauf. Meine Freundin hat ausgewählt Tokio Hotel Hinter die Welt. Ein Doku über Tokio Hotel 2017. Du hast das Sadistin. Ja, sie ist badass. Hinter die Welt nicht Hinterbill. Nein. Was? Hinter die Binden würde auch noch passen, weil die sind eigentlich durchgehend am Trinken da. Also wirklich. Das ist ja fast wieder sympathisch. Hey, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Ausung interessiert mich null. Finde ich ganz schlimm. Der ganze Fankult früher sowieso unerträglich war. Über gewisse Looks kann man sich natürlich auch streiten, aber ich finde, fuck it. Ich meine, ich bin David Bowie-Fan, ich darf es nicht über komische, androgyne Figuren schlechtreden. Stopp, 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 aber Bowie ist cool gewesen. Ja, aber vom Look her hat er auch den anderen Fettnäpfchen verwischt. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Moment, aber du bist auch John-Fan. Ich merke langsam etwas. Das ist jetzt du wieder. Auf jeden Fall. Du stehst einfach auf extravagante Sachen. Absolut. Ich finde, ein Frontmard darf auch extravagant sein. Das gehört dazu. Ich meine, es ist auch ein Markenzeichen. Aber was ich hier muss sagen, es war eine 0815 gut gemachte Doku. Und was man auch nicht sagen darf, die Typen sind eigentlich alle recht sympathisch. Im Interview waren alle wirklich cool. Also alle die Vorurteile, die man hat, die Musik ist immer noch beschissen. Nicht falsch verstehen. Aber es sind coole Typen, die genau wissen, wie sie wirken, wie sie wirken, was Probleme sind und was nicht. Ich habe es gar nicht so schlimm gefunden. Ich meine, der Bill ist in letzter Zeit oft immer wieder mal in Formaten im deutschen Fernsehen gesehen. Oder beide. Also vor allem die haben ja so einen Podcast zusammen. Ja, schon lange und jetzt sind sie ja bei Popstars, nein, nicht bei Popstars, bei The Voice sind sie ja auch. Genau, da sind sie aber auch der Bill im Zwischenlinge Wer steigt mich die Show ist er schon gesehen. Und so. Halt immer dort aufgedonnert. Und ich muss sagen, wenn du es nicht gesehen hast, was ich gefunden habe, dann geht mir auf den Sack oder so. Gar nicht. Er ist ein sympathischer Typ, auf sein Ding macht und darauf scheisse, was ich an den denken. Ich finde auch, ich muss sagen, es sind wirklich sympathische Typen, gar nicht so schlimm. Schlimmer ist es dann mit Asterix in Amerika. Es ist auch der schlechteste Asterix-Animationsfilm, den ich zumindest gesehen habe. Es ist einfach langweilig, es passiert nichts. Ja, kann man jetzt noch neben einem anderen, finde ich, darüber diskutieren. Ja. Aber wir haben diese Version geschaut auf Schwörerdeutsch. Ja, ja. Hast du da wirklich schon gehört? Nein, nein, das ist so Schwörerdeutsch. Erkan und Stefan sind so synchronisiert. Und klar, dann musst du schon ab und zu mal lachen. Weisst du, der IDFIX war halt Pitbull X. Ja. Weisst du, so Zeug. Es ist einfach wieder die Art von Ausländersling, wo einfach noch nie ein Ausländer auf dieser Welt auch in Deutschland je so geredet hat. Also es ist wirklich, Deutsche haben das Gefühl, zu reden sie, aber du merkst auch noch nie, dass sie nicht so wie SVP-Wähler, die irgendwie das Gefühl haben, so sind Ausländer, darum werden wir da immer gegen alles sein, aber selber haben sie noch nie mit einem Ausländer geredet. So kommt es mir auch da vor. Nein, besser bin ich, weil er doch, ich sage nein, um was geht es du eigentlich genau? Das ist auch oft so, aber nein, ich will immer mehr nicht so. Nein, nein. Aber hey, ich bin Schwörerdeutsch, es ist halt wirklich eine komische Sprache. Es ist wirklich, es ist doof. Schwul ist einfach ständig aufs Fluchwort, weisst du, wo es viel Zeit und Schwule, Schwule da, Schwule da, Schwule da, so wie kann es, es ist halt auch schlecht gealtert und es ist lustig. Es ist irgendwie 20 Jahre alt und das haben wir in ganz vielen anderen Filmen auch gehabt und es ist auch dort neben gewesen. Ja, nein, es ist vor allem einfach nicht mehr so lustig. Weisst du, ich habe schon ab und zu mal müssen schmunzeln, jetzt schon auch gegeben, aber es ist schon eher peinlich, dieser Film, muss ich schon sagen. Ich habe diese Version auch von 20 Jahren oder so gesehen und da habe ich mich kaputt gelacht, heute wäre es auch anders. Ich kann sagen, ich als Friner, es hatten gewisse Sachen lustig, ich meine, wie Mundstuhl oder eben Erkan und Stefan. Ganz schlimm, diese Typen. Es gab eine, zwei Sachen, die waren irgendwie witzig, aber wenn du das gesamte Konzept angeschaut, hast du nicht einfach gefunden, also irgendwie, ah, ganz stimmt. Erkan und Stefan sind ja erst gerade in einem neuen Trash-TV-Format gesehen, Forsthaus Rampensau. Kann ich sehr empfehlen, sehr, sehr witzig. Egal. Yo, Tag der schlechten Geschmacks ist dann weitergegangen mit dem Pick vom André, Kartoffelsalat. Gilder ist einfach der schlechtesten deutschen Film aller Zeiten. Ihr merkt übrigens jetzt schon, bis auf Asterix in Amerika, okay, alles deutsche Produktionen. Kartoffelsalat, so über eine Zombie-Apokalypse an einer Schule. Hey, und was will ich sagen, ich habe den überraschend lustig gefunden. Also es ist wirklich schlimm, es ist, es ist so, der deutsche Versuch gewesen, so einen Abraham-Sucker -Film zu machen. Weisst du, so Hot Shorts, nach den Kanonen, so ein bisschen der Humor auf Deutsch. Und das interessant ist, das, was sie gesagt haben, ist selten lustig, aber der Hintergrund hat immer funktioniert, was ja auch eine grosse Stärke ist von den Abraham-Sucker-Produktionen. Man sieht Co-Piloten und so. Genau, oder weisst du, wie du uns gesehen hast, Turnen in der Turnhalle, Und er so dort, oder mit seinen anderen Nerd-Kollegen, im Hintergrund siehst du irgendwie zwei in so Sumo-Kostüme kämpfen, oder siehst Ballerinas hinterdurch, und einfach alles, so völlig abwägigsteige, die überhaupt keinen Sinn macht. Und ich habe da, gut, für uns bis dahin bin ich wahrscheinlich auch hart schon betrunken, gesehen, habe ich den wirklich noch lustig gefunden. Wir haben ja, das ist ja die Idee gewesen, weisst du, die hageschechenden Geschmacks, dass wir es so hart reinnehmen, dass wir es einigermassen ertragen. Und ich habe es geschafft, ich habe den wirklich lustig gefunden, aber er ist nicht schlecht, wie warst du da? Auf der ärgsten Trinker überhaupt? Aber wahrscheinlich die grösste Überraschung von diesem Tag. Yo, und dann ist mein Pick gekommen, und ich kann so viel sagen, Jungs, ich habe einen weiteren Preis für uns geholt, und zwar den mit dem schlechtesten Film, ich habe es wirklich geschafft, Daniel, der Zauberer, von und mit Daniel Kübelböck. Daniel. Junge, Junge, ich habe ja gewusst, dass der nicht gut wird sein, aber dass er so schlecht ist, es ist wirklich Amateurfilm. Es ist wirklich so, wie wenn wir jetzt die Kamera vornehmen, Handykamera, oder die alten Kameras, und einfach drauf losfilmen. Also wirklich, nichts stimmt, es macht auch keinen Sinn, wir sind wirklich der Story, wir sind nicht nachgekommen. Wir haben jetzt wirklich nicht die Kraft, was abgeht, und wir haben wirklich ständig geschaut, wie lange geht er noch. Und ich schwöre, wir haben geschaut, Jetzt schwört er schon wieder? Ja, nein, ich schwöre, hey, nein, wir haben geschaut, was, erste Viertelstunde, fuck. Und dann haben wir fünf Minuten, gefühlt, später nochmal geschaut, und dann sind es erst zehn Minuten vorbei, also irgendwie, ich glaube, der ist rückwärts gelaufen, immer wieder. Ich weiss, wie das gegangen ist, das ist unerträglich gewesen. Wie bei den Nolan-Filmen. Wie bei Rebellen und Abitzen gab es, null Sinn und, hey, ja, ich glaube, Daniel selber und Zack Snyder, die würden sich gut verstehen, das ist absolut, nein, es ist wirklich, und weisst du, ich habe ja gerne Trash-Filme, aber das ist auch nicht lustig, du musst auch praktisch nie lachen, du wirst einfach nicht gewusst, was passiert, du wirst nicht gewusst, was passiert. Ich habe mich gewundert, dass beim Abspann so viele Leute wirklich sich noch mit dem Namen genannt haben. Ich hätte ja irgendwie Alan Smithy oder so, weisst du, reingehauen, also, es ist wirklich, abgrundief schlimm, bitte nie schauen. Nein, nein, nein. Ja, und das ist der Tag des schlechten Geschmacks gewesen. Eine super Sache, TDSG, wie man es auch kurz nennt, oder? Ich freue mich schon auf Version Nummer 2, machen wir wieder das Jahr. Also, ich werde es auf jeden Fall machen, ich glaube, die Hälfte davon macht nicht mit, dann hat es alle nur abgelöscht, sie sind so hasserfüllt gewesen am Schluss vom Abend. Ich habe es super cool gefunden, ich überlege es sogar, ein Kino zu mieten dafür, so richtig hart zu rein. I don't know, aber es ist der Schritt. Aber machen Sie nicht nachher, es ist wirklich, es ist, also, ich habe mit ein, zwei Leuten, ich glaube, ich habe Kontakt abgebrochen, ich habe nichts mehr zu tun, ich habe nichts mehr mit mir zu tun, nach Daniel, das tun wir leider der Stelle. Bitte nehmen wir mich zurück! Hörpoll, ich kann mit dem Film so ein bisschen durch, ich will schnell auf die Serie gehen, ich habe noch eine Serie gesehen, habe ich gesehen, 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 habe ich ganz viel gesehen. Ich will mir das Beigehen! Gutes, first steps. Ja, 2022 rausgekommen, ist eigentlich eine Aneinanderreihung an Kurzclips, ich glaube, keiner geht 10 Minuten, eigentlich aus dieser Zeit, zwischen Gardens of the Galaxy 1 und Gardens of the Galaxy Teil 2, wo, ja, oder nein, ganz auf der Galaxy Teil 2 und ganz auf der Galaxy Teil 3, wo der Groot, noch der Baby Groot ist, einfach so, wie er wieder wächst und was er da so ein bisschen in den Infantiles erlebt, eigentlich fast komplett ohne die anderen Guardians, ich glaube, der Rocket kommt einmal vor, es sind, glaube ich, zwei Staffeln sind es jetzt und je es etwa sechs Folgen, wo eben keine länger als 10 Minuten geht. Megaherzig, wirklich mit Herz gemacht, kann man einfach mal einschalten, einfach mal ein bisschen lachen, sie sind wirklich extremherzig gemacht und vor allem eben, sie gehen wirklich nicht lang. Da kann man auch irgendwie mal schnell, keine Ahnung, während der Rauchpause mal schnell auf dem Handy rein schauen, pff, ja, hey, nein, wirklich richtig, richtigherzig gemacht, hat mir gut gefallen. Auf Disney Plus drauf, Luxury. Luxury Steps. Ja. Und halt auch gemacht, wie Guardians immer gemacht sind, also hochwertig eigentlich. Da haben wir Nanalan, Winterwunderland. Yes. Nanalan, habt ihr das schon mal gehört von dem? Nein, nein, nein. Das ist so eine Puppe-Serie, so wie irgendwie Mappenzur, einfach in Hardcore-Cheap aus Kanada, das hat 1999 angefangen, ist aber nur ein paar Jahre gegangen und ist tatsächlich, jetzt hat es wieder neue Folgen gegeben und zwar wegen TikTok und YouTube und Insta. Weil einfach gewisse Ausdrücke oder Szenen daraus, weil die so obscur sind und so schlimm, hat das eine volle Revival bekommen und machen, haben jetzt nochmal neu angefangen, haben nochmal neue Folgen produziert. So. Was ist es? Es geht um eine Grossmutter, eben Nana und dort kommt immer ein Mädchen zu ihr, so drei, vierjährige Mädchen, die heisst Mona und die lernt eigentlich quasi so Lektionen über das Leben wie, wie ist es krank zu sein, wie ist es etwas kaputt zu machen, wie ist es etwas wieder ganz zu machen und jetzt hat auch der Russell, der Hund dabei. Das Mädchen zeichnet sich vor allem damit aus, dass es immer noch so komische Geräusche macht und Wörter immer falsch ausspricht und ich würde doch doch ganz kurz, wegen dem bin ich eben auf das gekommen, einen kleinen Ausschnitt nehmen, das ist eben das bekannteste Video, das jetzt immer kommt und das wird oft so benutzt, weisst du, wenn die Freundin richtig sauer ist und du ihr ihnen etwas essen gehen und dann geht es ihr plötzlich wieder gut, zum Beispiel. Gibt es das? Er ist großartig mit der Sinktäme vorgebracht. Wer ist diese wunderbare Frau? Könnte sie noch viel cuter sein? Wer ist diese wunderbare Frau? Oh, schau, hier kommt die Sinktäme. Er ist so kalt. Sie ist gauisch, sie ist gräßig, sie ist fast drei, sie ist glücklich, sie ist lieflich, sie ist die Prinzessin für mich. Bin ich aus dem Baselzimmer da? Nein, das ist der Hund, der Russell. Also Russell, aber das Mädchen sagt immer Russell, weil sie nicht mehr wichtig sind. Hey, es ist völlig bierweich, aber zieht es alle zum Video rein, vor allem einfach, wenn das Mädchen der Niche runterkommt, weisst du, in einem Prinzessinnenkleidchen mit so einem Fehlstab. Ich, ich, also wir zu Hause, wir reden nur noch so. Jeden Morgen, jetzt bin ich ein wenig später aufgewachen, dann habe ich so Taugen aufgemacht, dann ist sie schon neben dem Bett gestanden und who's a wonderful boy. Es ist wirklich, es ist absolut cool, ich kann es sehr empfehlen. Auf jeden Fall hat es jetzt ein Winter Wonderland Folge gegeben, wo es darum gegangen ist, Mona lernt über Schnee und Kälte. Ja, das ist einfach, sie ist eben fünf Minuten lang, sie einfach Schlittschuhe fahren. Es ist völlig bierweich, es macht null Sinn und irgendwie kommt immer so eine creepy Nachbar mit Schnauze, die, glaube ich, geil ist auf Nana und er hat immer ein Kasperlitheater dabei, natürlich immer noch ein Kasperlitheater, also die Puppe macht Kasperlitheater, es ist einfach, es ist wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was ich immer schlecht geredet habe, über Teletubbies, sind eigentlich noch recht, doch da, da sehe ich wirklich noch da Erziehungswerte hinter, im Vergleich zu dem. Aber ich finde es irgendwie lustig und ich muss natürlich meine guten alten Kollegen, die kann ich unterstützen, und an das Lied. Who's that wonderful girl? Ich sehe mich gerade so sehr nach den guten alten Zeiten von Hallo Spencer. Das ist natürlich toll zu sehen. Wie hat dort, habe ich erst gerade letztens daran gedacht, wie hat der Drache geheissen? Das hast du mich schon einmal gefragt. Ich liebe den Drachen. Boah. Was immer witzig war, es war immer witzig, auf seinem Vulkanchen, wo immer alle fressen wollten. Ich will die Fressen! Und das ist ja immer so, sie sind doch immer von rechts nach links und ich glaube ganz links ist der Drache gewesen, wenn es mal rechts... Ja, das kann sein. Wenn es rechts das Büro gesehen, mitten ist da der neutrale Raum gesehen, ganz links ist doch der Drache gewesen. Ja, es war einfach überall so kleine Vulkankraten. Ja, ja, genau. Es hat auch Drache geheissen, das ist doch Held gewesen. Beste Drache ever. Boah. Ist das... Nein, das ist nicht... Ist das nicht der Nepomuk gewesen? Doch! Doch, ich glaube, es heisst Nepomuk. Mal mal. Ganz ein blöder Name eigentlich für den Drachen. Ja, Gott. Ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, wenn du Feuer speien kannst, ist jeder Name recht. Wer das blöd findet, der ist Kohle. Das ist... Hä? Ja. Was? Da rastet ihr raus. Ja. Also unbedingt einfach nur die Zusammenfassung schauen, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Das kann ich sehr empfehlen. Alles andere ist Bullshit, natürlich. Ja, nicht. Lass es aus. Fui, Fui, Fui. Also, Blue Eyes, auch mal, ist so eine Action-Serie-Trick-Film. Äh, spielt im, ja, was soll ich sagen, in Japan. Wie gesagt, Samurai. Achtsinn. Naheliegend. Er hebt sich aber ab, also es ist in einem Anime, es ist eine amerikanisch-französische Produktion, du, äh, blablabla, wie er geheissen, der Mikey Green hat irgendwie noch die Finger drin gehabt. Ja. Und, also es ist, ich sage mal, es geht immer so richtig, so ein Grafik-Novel-Stil. Mhm. Und, ähm, ich habe eigentlich zuerst nicht gewusst, also ich habe es auf den Namen eingeschaltet, dann gewusst, es ist ein Trickfilm, und ich sage mal so, ich bin jetzt nicht wirklich so, unbedingt so der Anime- und Trickfilm-Type, aber der hat mich doch echt überrascht gehabt und auch in Bann zogen. Mhm. Ähm, auch mit der Geschichte. Ähm, ja gut, ich meine, es ist meistens ein Samurai, wo dann auf Rachenfeld so geht, auch da wieder. Ähm, aber es ist recht gut erzählt und da hat die Kampfszenen recht gut gemacht, sehr blütig auch. Mhm. Ähm, und hat auf einmal sogar knapp eine 9. Ja, ich habe fast auch ein paar Mal von dem gehört, dass es wahnsinnig gut muss sein, ja. Also, es wäre einfach mein Pack, ich bin dranbleiben, und ich habe gefunden, dass es eigentlich ein Trickfilm ist, ist der doch recht gut gemacht. Mhm. Und, ja gut, ich glaube sowieso bis jetzt die Anbahn und so, dem ganzen Samurai klingt es wie, ähm, da alles hat eigentlich recht gut gepasst gehabt. Ein Samurai. Cool. Ja, habe ich wirklich schon viel Gutes gehört. Spannend. Hat es ja gerade Brüste gesehen. Yes, es geht. Was? Echte? Hm. Wortezeichnete. Äh, digital. Oder halt Trick. Aha, also, vor Nachti. Also ich bin auf jeden Fall, ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich bin kein Bestolzer von unserer Hill. Hat es wirklich alles recht aktuelles Zeug geschaut, für einmal? Immer? Also bitte. Ja, das stimmt, aber weisst du, vor allem das Zeug, wo ich nie drinnen schaue, aber man sollte vielleicht mal drüber reden, in einem Film-Podcast, Film-Serien-Podcast, was du hast es gehört? Das könnte man über einen Zack-Snyder-Film reden, in einem Film-Podcast. Ja, ich hätte schon, aber nur zu fluchen. Aber das kannst du halt nicht, wenn du ihn nicht sehen hast. Da mache ich es nicht gerne. Ja, das ist doch ganz richtig. Ja, gut, also ich hätte es mir so sagen, ich hätte es niemals gelesen, wo der Rebellenmund, sagen wir mal, gelobt hat. Okay, gut, weil du es andersrum gesagt hast, hätte ich gesagt, Cancel Culture. Cool, ja, dann sind wir ja durch, oder? Eigentlich, ja. Müssen wir noch ein bisschen Vorschau machen? Ja, müssen wir noch ein bisschen spezielle Vorschau machen, das mal? Haben wir das eigentlich schon angekündigt, noch nicht, gell? Wir haben das nicht angekündigt. Nein, wir haben schon darüber geredet, wir haben auch schon online ein bisschen rumgefragt, und zwar haben wir solche Sachen aktualisiert, aktualisieren auf das neue Jahr, auf die dritte Saison quasi, wobei die erste ist eigentlich zwei Saisons gewesen, ich habe es einfach erst an zwei Tagen angefangen, in Seasons zu unterteilen. In dem, ja, und zwar werden wir, unsere Rückblickfolge werden wir jetzt nur noch vorübergehen, nochmal zum Testen, alle zwei Wochen machen. Es hat mehrere Gründe, erstens mal, wir haben ein bisschen weniger Druck, wir können mehr Zeit für die Wochenende folgen, die halt einfach die beliebtesten sind, im Vergleich zu den Rückblickfolgen. Die sind schon okay, aber die sind halt schnell einmal nicht mehr so aktuell. Weiss ich meine, es ist halt so, ja, zwei Wochen später, losest du die Rückblickfolge noch eine Woche? Ich glaube nicht. Und, und bei der Sonntagsfolge ist das durchaus nie ein Problem eigentlich, darum laufen die auch meistens ein bisschen besser. Das alles, übrigens ist es nicht das Einten, wir haben auch intern fast schon ein bisschen Druck gefühlt, weiss ich, ich muss unbedingt noch Filme schauen, damit ich da auch etwas zu erzählen habe, im Rückblick, und sonst reden nur die anderen zwei und ich heisse Hill und das wäre blöd. Ich schaue, man hat Sex Snyder-Film. Ja genau, ich schaue Sex Snyder, so wie viel ist es gefallen. Nein, das machen wir ja nicht. So machen wir das jetzt mal probeweise alle zwei Wochen, damit haben wir aber auch mehr Zeit für die Sonntagsfolge, dass die ein bisschen lässiger werden, dass wir da noch mehr Zeit haben und es hat auch so andere kleine Vorteile, wie zum Beispiel, wir werden ziemlich sicher wieder bei House of Dragon wieder Folgebesprechungen machen und dann können wir dort alle die nachfolgende Wochen quasi, wo nicht Rückblick ist, können wir dann vielleicht so Folgebesprechungen machen, vielleicht können wir sogar sonst irgendwie immer wieder etwas Spezielles reinhauen und ja, wir sind jetzt auch, vielleicht haben es schon gesehen, wenn nicht, dann unbedingt auf YouTube noch folgen, Link ist in den Shownotes unten drin und sonst einfach YouTube Sineswiese eingeben, dort kommen wir ja unsere Sonntagsfolge, jetzt testweise immer auch noch mehr Bild, im Moment nur mit einer sehr einfachen, statischen Kamera, aber mal schauen, wenn das gut ankommt, können wir uns da vielleicht mal etwas mehr leisten, wenn ihr zufälligerweise Kamerahersteller seid, dürft ihr euch gerne welten und wenn ihr noch gerne Regie macht und der Scheiss zusammenschneidet, auch, Dankeschön an dieser Stelle. Oder wenn ihr Kohle habt, nehmen wir auch Spenden an. Ja, das war ein bisschen ungern. Ja, ich auch, aber ja. Weißt du, wie oft haben wir jetzt schon den Hill müssen für so Zwecke verkaufen, eigentlich an liebestolle Rentnerinnen. Wie meine Wasserrechnung. Das hättest du jetzt einfach nicht sagen sollen, weil jetzt wissen alle, wieso nicht so viele Filme und Serien schauen. Das stimmt. Ich habe so oft schon unter der Dusche gehüllt, meine Wasserrechnung ist immens. Vor allem Blut ist dann auch immer unter der Dusche, das ist auch so traurig. Ich weiss auch nicht, wo, ich finde die Stelle nicht. Ich sehe kein Zins. Ich sehe kein Ende mehr. Jetzt geht es zu weit. Wir würden unseren Hill niemals verkaufen. Ich schon. Du wirst als nächstes verkauft, ich sage das. Also ist gut. Und eine weitere Änderung, unsere Sonntagsfolge, die kommen nicht mehr am Sonntag, die kommen am Samstag. Nein. What? Was? Dann kann man dich am Sonntagmorgen im Suff schauen. Hosen. Oder hören, ja genau. Oder am Samstagmorgen zum Einkaufen. Ich werde schauen jetzt, haben wir das ja über die Festtage, haben wir das ja auch so gemacht. Na gut, am Samstagmorgen einkaufen. Ich? Was? Die meisten Leute. Ja eben, darum gehe ich dann nicht, da hat es viel zu viele Leute. Nein, die meisten. Nein, vor dem Mittag, auf der Zwölfe ist wieder leer. Die Bünzlis, die am Samstagmorgen einkaufen müssen. Samstagvier. Oh ja, das ist gut. Ja, ja, da kriege ich auch nur den Schrott. Oh, aber dafür alles halber Preis. Ah, halber Preis. Prozent Kohlrabi. Nein, aber nur zu sagen, die werden immer am Samstagmorgen kommen. Ich werde schauen, dass es immer so am, ich sage mal, schmierst es, 8 Uhr morgens online ist. Ausser, du bist am Freitag extrem betrunken gewesen, dann geben wir dir ein bisschen mehr zu. Das ist lieb. Nein, aber 8 Uhr ist das Ziel, weil du könntest auch schon durch den Tag durch am Samstag, weil es ist jetzt doch ein, zwei Mal einen Wunsch gewesen. Und ich habe auch wirklich gemerkt, übrigens Schaudel an all die, am 24., wo wir die Folge rausgebracht haben. Nein, stimmt gar nicht, wir haben es am 23. rausgebracht. Ich habe geschaut, wie viele Leute es gelöst haben, bis am 24. Und dann habe ich einfach gestoppt, am 24. am Mittag bis am 26. am 24. Ich habe nie gedacht, dass irgendjemand zu Weihnachten, weisst du, so zu oben, oder? Das los. Aber am Bein neben sind es immer so etwa 40, 50 Leute gesehen, die sich voll gelöst haben. Am 24. Am Nachmittag oben. Jetzt ist das gelöst worden. Hätte ich nie gedacht, dass es irgendjemand grüße an die Leute, die das gemacht haben, ihr seid geile und ich hatte auch einen Ohrstecker in den Ohren, während ich mich betrinken muss, während meine Familie irgendeine Scheisse oder? Ja, und vielleicht auch da gerne geschehen. Nein, aber einfach nochmal kurz zusammengefasst, Rückblick an zwei Wochen, das heisst jetzt, nächste Woche kein Rückblick, sondern die Woche drauf, für geballte Film- und Vorschau-Ladung, die geht ihr mir aber auch ein bisschen kürzer, das hört ihr gerade. Ja, ja. Und die Sonntagsfolgen sind jetzt neu am Samstagmorgen früh. Voilà. Und für die, die sagen, wir wollen aber alle Woche zwei Folgen, easy. Wir haben noch 300 andere Folgen. Habt ihr alle schon gelöst? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube auch, all die Rückblick-Folgen kann man immer noch los, weil es ist ja die gleiche Warn wie sonst bei uns. Also es ist ja, ich glaube, wegen Filmwissen los und sehen immer zum Erschef vorbei. Ja, und sonst habe ich eine Sonst-Zufolgen noch einmal losen, mittrinken, diesmal einfach mit einer anderen Art Alkohol und dann töten sie ganz anders. Machen sie nicht. Aber okay. Ich sage gerade die Richtige. Ja, 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 ja. Okay, machen wir Vorschau. Aber die Kürzen machen wirklich hardcore, oder? Gibt es irgendeine neue Serie, die in den nächsten zwei Wochen auskommt, die du geil findest? Ich habe mal eine aufgeschrieben, um etwas zu bringen. Ja, freust du dich auf die Kürzen? Ja, ich schaue sicher mal rein, das ist interessant. Was denn? Auf die Kürzen 5.1. Königinnen, die die Welt verändern. Das ist ein Dokum. Ja, wo? Königinnen. Die Welt verändern? Die Welt verändern. Also ehemalige, die die Welt verändern. Ich habe gefunden, da kann man auch mal schauen, was die von Schand gemacht haben und nicht immer noch die bösen Männer. Ja, sicher spannend. Cool. So ist nichts. Man hat doch immer noch viele Frauen, die mächtig gesehen sind. Es gibt natürlich noch mehr Sachen, die rauskommen, aber wir sind einfach die Sachen, die uns interessieren, weil sonst schauen Sie selber. Also wegen viel komme ich gar nicht. Gut. Okay. Ja, voilà. Film. Gut, also der Film kommt auf Netflix am 5.1. Good Grief raus. Geil. Finde ich, könnte etwas sein oder könnte totale Gurken sein? Ein schwuler Mann, wo der Ehemann gerade stirbt, macht sich mit seinen besten Kollegen auf Reise nach Paris und die Reise tut ihm anscheinend ziemlich harte Wahrheiten offenbaren. Das Spezielle finde ich, Regie, Dreiburg, Hauptrolle, alles dergleichen. Dan Levy sagt mir nichts, aber das kann je nachdem im Kontext von einem Drama, wo vielleicht sogar noch irgendeine persönliche Einflüsse verarbeitet, spannend sein. Ich weiss es nicht, aber könnte vielleicht etwas sein. Dann auf Paramount, ich habe keine Ahnung, wann er rauskommt. Paramount, das Zeug, was ich als Paramount Plus, das, was ich für den Monat rausgefunden habe, ist alles ohne Datum gewesen. Aber ich habe jetzt einfach mal einen Film rausgenommen, der kommt einmal irgendwann im Januar auf Paramount Plus raus und der gute Alex hat schon ganz, ganz viel von dem Film erzählt und darum muss der jetzt erwähnt werden, der Death of Day gelang. Oh, endlich! Endlich kann den jeden nachholen. Genau. Sehr cool, sehr cool. Ich kann dir auch mal jemand sagen, ob der gut ist oder schlecht. Ja, also, sind Sie sicher meiner Meinung. Ja, wäre nicht so sicher. Aber ich hoffe es. Es gibt wenig Filme, die so einen genau, die du nicht so erwartest. So, gut. Im Kino am 4. Januar jetzt am Donnerstag startet Next Goal Wins, der neue Taika Vatiti-Film, oder? Wo es um die samoyanische Fussballmannschaft geht, wo ja irgendwie legendär das 2-30-0 verloren hat, ihr erstes Spiel und so. Ja, es klingt ein bisschen nach cool Runnings mit Fussball und Samoa. Aber irgendwie, Taika, habe ich irgendwie noch gerne in seinem Humor, finde ich durchaus irgendwie so viel gut. Ich glaube, das könnte noch cool sein. Ja, und Samoaner sind meistens auch noch cool. Ja, irgendwie schon. Hey, das musste ich bei Hobbs & Shaw, weißt du, dem Fast and Furious-Film, da sind sie am Schluss auf Samoa. Ja. Gerade auf meiner Liste da, ich will umliegen nach Samoa. Ich meine, Hawaii ist eh schon ein langer Traum. Naja, voll. Aber Samoa, habe ich das Gefühl, ist vielleicht noch fast noch geiler. Hawaii, sehr kriminell. Das ist sehr kriminell. Darum will ich ja gehen. Das hast du ja auch noch als Dr. Bounty Hand. Du musst irgendwie Geld verdienen. Nein, was noch in dieser Woche rauskommt, was mich sehr darauf freue, ist Le René Animal oder Animal Kingdom. Den haben unsere Kollegen vom Filmarchiv auch schon an der Fantasy Film Nacht Tag, wie immer das heißt, Fantasy Filmfest, so heisst, gesehen. Und ich habe nur von allen Seiten gehört, dass es auch wahnsinnig geil sein soll, wo es um eine Zukunft geht, wo die Menschheit halb Mischwesen eigentlich besteht aus Mensch und Tier. Und das klingt sehr, sehr interessant. Es hat vor allem Bilder, sie sind wahnsinnig cool aus. Den freue ich mich mega. Die Woche darauf, am 11. Januar, kommt The Beekeeper. Da sind sicher viele schon recht heiss drauf. Der neue David-Iyer-Film mit Jason Statham. Ja, so ein typischer Rachen-Film, wie man es eigentlich kennt, glaube ich. Aber der Trailer hat recht cool ausgesehen, muss ich sagen. Und ja, es geht um einen, der mit Beinen heimlich, also verdeckten Mantel tut er eigentlich eine Spinne gezüchtet. Aber in Wirket ist halt so ein Hardcore-Agent, der alle geschlachtert. oder so. Ja, ein Beinen habe ich ja gerne. Schöne dir. Yo, und sonst kommt in, ja, das sind eigentlich so die Highlights, würde ich sagen, in den nächsten zwei Wochen. Es kommen noch mehr Filme, hier, geht doch auf Foutnow.co, nutze ich auch immer für meine Filme, wirklich tolle, tolle Seite, macht das super, kann ich nur sehr gerne promoten. Yes, das hast du es gesehen. Wir haben es trotzdem in einer guten eineinhalb Stunde gearbeitet. Geile, nur. Wäre gut, also. Und, vielleicht das kann man auch noch sagen, ja, weil es halt zwei Wochen sind und vielleicht mal mehr geschaut wird, es kann dann dafür mal sein, dass so ein Rückblick vorher mal zwei Stunden kommt. Vielleicht. Ist aber auch schon vorkommen, außer Wochenabspotten. Aber das kann jetzt auch sein. Ja, genau. Dann machen wir das nicht mehr so ein Ding. Schauen wir mal, wenn es gute Wochen sind, dann wird es länger, und wenn ihr das alle richtig schlimm findet und nein, kommen wir wieder zurück zum wöchentlichen Format, dann lasst uns es doch wissen, schreibt eine Petition, die gehen durch die Strasse, zünden Autos an. Was? Nein! Was? Wieso nicht? Du wolltest die Leute heute in den Krieg schicken, um zu schauen, wie es denen geht und ich darf die Autos anzünden. Ja. Du Kapitalistenschwein, du. Was? Weisst das auch nicht. Nein, vielleicht nicht, dass die verhaftet werden. In einem Kriegsgebiet werden sie nicht verhaftet. Du bist auf der Schuss. Okay, also. Jetzt nehmen wir es zurück, Tom, ich würde jetzt für dich noch auf der Pylone ein schönes Liedchen spielen. Ah, ja. Schau mal, schau mal, was. Pylone-Songs, das habe ich noch nicht. Es sind noch einige Sachen. Fuck. Mach kein Seich. Auf die meisten habe ich jetzt gerade keine Lust. Ja, dann lass das. Ein Top-Secret-Song. Ah, Mann. Was? Nimm den dritten von oben. Der dritten von oben? Oh. Es sind noch die Trommeln, weisst du? Trommeln auf der Pylone. Es ist aber 13. Aber ich bin nur sicher, dass das, ey, jetzt wird es ganz pinig. The Rock ist doch dörö-düm-düm-düm, dörö-düm-düm-düm, oder? Also, Thema von The Rock? Ja. Ich bin nur sicher. Ja, kommt ganz auf An. Welche Symphonie von The Rock? Du hast gesagt, das dritte von oben. Jetzt bist du selber schon. Dann nehme ich als vierter von oben lieber Grüße an Jonas und an Eindruckt, was ich das gewünschen haben. Und zwar ist es der weisse Hai. Und ich verabschiede mich noch. Tschüss zusammen! Tschüss! Tschüss! Who ist that wonderful girl? Ja, endlich zwei Wochen Ferien. Nee, das ist gut.